Schönen guten Abend, liebes Publikum hier im Haus am Dom und im Netz. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem ungewöhnlichen Abend. Biodiversität verstehen und priorisieren. Wir werden das noch in diesem Abend erläutern, auch in der Hinsicht der Frage, was das dann möglicherweise für uns auch konkret heißt. Wir haben die international renommierte Biodiversitätsforscherin Katrin Böne-Gese hier zu Gast. Und wir hatten es ja schon mehrfach versucht zu kommen und es war nur ein Freitagabend übrig. Also ich bin froh, dass sie gekommen ist, denn auch das ist nicht so selbstverständlich. Ich darf sie Ihnen kurz vorstellen und ich begrüße auch Dr. Susanne Freifrau von Münchhausen und stelle ich dann im gleichen Zug mit vor. Katrin Böne-Gese ist Direktorin des Senckenberg Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrum. Sie ist Professorin an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist Vizepräsidentin der Leibniz-Gesellschaft und Mitglied in der Leopoldina. Da können Sie nachher noch mal dazu etwas sagen, welchen Einfluss Sie dann dabei haben. Und seit 2013 wirkt sie am Direktorium der Senckenberg-Gesellschaft mit und verantwortet hier den Bereich Wissenschaft und Gesellschaft. 2021 erhielt sie den Forschungspreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Sie hat bestimmt noch viel mehr Preise bekommen, aber diese Auszeichnung von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die ist schon mit etlichen Mitteln hinterlegt und auch nicht so leicht zu bekommen. Sie können sich natürlich über die, es gibt auch einen Lebenslauf von ihr mit allen möglichen Veröffentlichungen, aber ich empfehle Ihnen auf der Seite erstmal auf den Podcast Erdfrequenz zu gehen. Da können Sie Katrin Böne-Gese hören, aber auch die ganzen Kollegen und da kriegen Sie eigentlich auch ein gutes Bild mit, was eigentlich da in diesem international renommierten Forschungszentrum passiert. Also können wir stolz sein, dass hier in Frankfurt so ein Institut herrscht und es ist ein Bürgerinstitut. Das ist nicht so ungewöhnlich. Da waren die Bürger Frankfurts frühzeitig dran und haben gesagt, wir sammeln das hier. Als Co-Referentin hatte ich Dr. Susanne Freifrau von Münchhausen ansprechen können. Sie ist Sprecherin des Ernährungsrates Frankfurt, Diplom-Agraringenieurin der Fachrichtung Wirtschaft und Sozialwissenschaften, hat in Rostock promoviert und an vielen anderen Stellen gearbeitet, auch wissenschaftlich mitgearbeitet, zum Beispiel an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und hat einen Schwerpunkt Politik und Märkte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das ist ja hochgradig politisch, wenn man dann sieht, wie der Bauernpräsident rückwiedt, einflussreich in der Ernährungswirtschaft oder in der Agrarwirtschaft und sicherlich nicht immer zum Guten dieser Lobbyismus im Agrarbereich, das sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Mein Name ist Georg Hortrich, Studienleiter für Wirtschaft und Finanzen. Ich verstehe inzwischen diese Jobbezeichnung als Wirtschaft, Finanzen und Transformation oder Transformation von Wirtschaft und Finanzen. Ich glaube, da kommen wir hin, denn wir müssen massiv umdenken, umlernen, um überhaupt das zu verstehen, was gerade uns umtreibt und wir haben nicht mehr ewig Zeit, bis wir sozusagen all die Katastrophen ausgekostet haben. Ich hoffe, wir lernen aus diesem Dürresommer, auch wenn es jetzt die letzten Tage ein bisschen geregnet haben und ich glaube, es tut uns gut, wenn wir mal durch gewaschene Luft spazieren. Frau Böningese, ich gebe Ihnen einfach das Wort und freue mich, dass Sie uns jetzt in die Biodiversität einführen. Ganz herzlichen Dank für diese ausgesprochen freundliche Einführung und geradezu etwas mich demütig machende Einführung. Vielen Dank für die Einladung hier ins Haus und ich freue mich ausgesprochen, dass ich hier heute Abend ein bisschen was aus meiner Forschung und aus meiner Arbeit erklären kann. Ich bin ja, wie gesagt wurde, hier bei Senckenberg die Direktorin des Biodiversität- und Klimaforschungszentrums. Entsprechend ist mein Thema die Biodiversität. Was ist denn überhaupt Biodiversität? Da haben wir eine komplexe Definition, die eigentlich aber nur das widerspiegelt, was wir sehen, wenn wir diese wunderbare Vielfalt bewundern. Biodiversität ist die Vielfalt alles Lebendigen, die Vielfalt der Arten, aber auch die Vielfalt innerhalb der Arten, zum Beispiel die Sortenvielfalt im Landbau und die Vielfalt der Lebensräume. Und wenn wir jetzt zurückschauen, wie hat sich die Vielfalt auf der Erde verändert, haben wir relativ wenig Indikatoren, wenn wir ganz ehrlich sein wollen als Wissenschaftlerinnen. Es gibt einen berühmten Index, der hier links oben dargestellt ist, der Living Planet Index. Der misst die Bestände von vor allen Dingen Wirbeltieren, also Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien und Fische. Und dieser Index zeigt einen Rückgang der Biodiversität letztlich in der Zwischenzeit über die letzten 50 Jahre von mehr als zwei Dritteln. Der mittlere Index oben ist der Red List Index, der misst, welcher Anteil von Arten vom Aussterben bedroht ist. Auch hier deutliche Rückgänge. Und dann hört es schon fast mit den Indizes auf. Wenn wir wissen wollen, wie sich die Pflanzenvielfalt auf dieser Erde entwickelt hat, dann müssen wir sagen, wissen wir gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie viele Baumarten es überhaupt auf der Erde gibt, geschweige denn, wie viele Pflanzenarten, sodass wir hier einen ganz einfachen Index verwenden, Forest Extend, also einfach die Fläche an Wäldern auf der Erde, auch hier mit dramatischen Rückgängen. Und noch ein paar andere Indizes, die aber alle in dieselbe Richtung weisen, Rückgänge der Biodiversität. Wenn wir jetzt schauen, wie sieht es jetzt mit der globalen Bedrohung der Artenvielfalt aus, dann kommen wir auf diese Zahlen. Die sind erfasst hier von dieser Gruppierung, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, oder ganz einfach auf Deutsch der Weltbiodiversitätsrat. Das ist das Äquivalent zum Weltklimarat. Der Weltklimarat wurde sehr viel später eingerichtet, aber macht genauso wie der Weltklimarat solche internationalen Berichte, um aus der Position der Wissenschaft heraus die Gesellschaft und Politik zu beraten. Und das hier war das erste globale Assessment, der erste globale Bericht 2019 publiziert. Und hier ist dargestellt, für verschiedenste Tier- und Pflanzengruppen, welcher Anteil der Arten vom Aussterben bedroht ist. Und das sind die roten und orangen und gelben Farben. Und wir sehen hier durchaus große Unterschiede zwischen den Arten. In Summe ist eine Million Arten auf der Erde von den geschätzt acht Millionen Arten, die wir auf der Erde haben, vom Aussterben bedroht. Die Aussterberaten sind in der Zwischenzeit mindestens zehn bis hundertfach höher, als in den letzten zehn Millionen Jahren. Das heißt, wir als Wissenschaftler können ganz sicher sagen, wir stehen am Beginn des sechsten Massenaussterbens der Erdgeschichte. Das letzte Massenaussterben war, als die Dinosaurier ausgestorben sind, als dieser Riesenmeteorit auf die Halbinsel von Yucatan gekracht ist. Das heißt, dramatische Aussterberaten. Am stärksten betroffen ist hier unten eine Gruppe, Zeicherts, die Palmfarne, eine uralte Gruppe, die über 200 Millionen Jahre alt ist. Die hat drei Massenaussterben auf der Erde überlebt und ist jetzt im beginnenden sechsten Massenaussterben ganz massiv vom Aussterben bedroht. Bei uns, die Gruppe, die am stärksten bedroht sind, sind die Amphibien mit über 30 Prozent vom Aussterben bedrohten Arten. Aber jetzt hier zum Beispiel auch die Korallen, die Haie und Rochen. Relativ gut geht es nach meiner Lieblingsgruppe, den Vögeln oder auch Schnecken oder Knochenfischen. Wie sieht es bei uns aus? Hier haben wir wieder gute Daten für die Vögel, wo eben die Bestände, in dem Fall über ganz Europa, erfasst wurden. Und das ist der Rückgang der Bestände an Vögeln in verschiedenen Lebensräumen. Und diese braune Linie, das sind die Vögel der Agrarlandschaft, also der Äcker, der Wiesen und der Weiden. Und die zeigen über die letzten 25 Jahre einen Rückgang von mehr als 30 Prozent. Andere Artengruppen, hier in blau die Vögel der Wälder, sind relativ stabil. In der Zwischenzeit steigen die Bestände sogar wieder an. Aber wir sehen genau, wo das Problem liegt. Das Problem liegt in der Agrarlandschaft. Bei den Bäldern sieht es sehr viel besser aus, übrigens auch bei den Städten oder bei den Feuchtgebieten. Es ist die Agrarlandschaft, wo wir die Probleme haben. Was sind die Ursachen für das Artensterben? Auch das ist sehr gut untersucht. Nichtsdestotrotz haben wir da manchmal eine gewisse Fehlwahrnehmung, was die wichtigen Faktoren sind. Wenn wir zum Beispiel bei Senckenberg Besucherinnen fragen, was sind die Ursachen für das Artensterben, kommt oft die Umweltverschmutzung, die Plastikverschmutzung, so als der wichtigste Faktor. Die Faktor, und das ist auch eine Erfassung von diesem Weltbiodiversitätsrat, ist der wichtigste Faktor für den Artenrückgang, die Landnutzungsänderung. Also in den Tropen vor allen Dingen das Abholzen der Wälder und bei uns diese superintensive, fast industriemäßige Landwirtschaft. Der zweite wichtige Faktor ist die Ausbeutung von Arten. Das spielt vor allen Dingen in den Meeren eine wichtige Rolle, auch wieder unsere Ernährung. Dann kommt erstmal nichts, dann kommt der Klimawandel als weiterer Faktor. Aber auch da ist es so, dass das derzeit noch nicht ein Faktor ist, der wirklich das Aussterben der Arten stark vorantreibt. Aber wir gehen nichtsdestotrotz davon aus, dass das in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Dann kommt wieder länger nichts, dann kommt erst die Umweltverschmutzung als Faktor und dann noch invasive Arten, also fremde Arten, die einwandern. Hier einfach eine Darstellung, wie sich die Entwaldung auf der Erde darstellt. Auf der linken Seite dargestellt, einmal in braun der Anstieg der menschlichen Bevölkerung, in lila der Anstieg der verlorenen Wälder. Und auf der rechten Seite dargestellt, in grün, wie das bei uns auf der nördlichen Halbkugel aussah, zwischen vor 1700 bis heute. Und wir sehen, wir haben unsere großen Wälder eher im Mittelalter verloren. Und jetzt ist die Entwaldungsrate sehr gering. Im Gegenteil, der Wald wächst nach. Und wo wir jetzt die großen Wälder verlieren, ist vor allen Dingen in den Tropen. Was sind die Ursachen für die sterbenden Arten und die Rückgänge der Bestände bei uns in der Agrarlandschaft? In gewisser Weise zeigt dieses kleine Comic hier auf der linken Seite, wie massiv sich unsere Agrarlandschaft in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Wir hatten diverse Agrarlandschaften mit vielen Strukturen, mit Bachläufen, mit Fruchtfolgen, mit diversifiziertem Anbau. Die Tiere standen auf der Weide. Und in dieser Art von Landschaft hatten wir einfach auch eine hohe natürliche Artenvielfalt. Und in dem Maße, wie unsere Landschaft hin auf Produktivität getrimmt wurde, auf hohe Erträge, das war auch sehr erfolgreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen die Produktivität und die Erträge ganz deutlich nach oben. In dem selben Maße haben wir wildlebende Arten verloren. Wir haben Grünland verloren, also Wiesen und Weiden, stattdessen Mais, Raps, Getreideanbau. Wir haben wenig Fruchtfolgen. Wir haben den Wandel in der Nutztierhaltung. Die Tiere stehen nicht mehr draußen auf der Wiese, sondern die stehen im Stall. Wir haben eine hohe Effizienz bei der Schädlingsbekämpfung. Wir haben hohe Nährstoffgehälter im Boden. Die Betriebe sind größer und vor allen Dingen die Felder sind größer, damit man eben mit großen Erntemaschinen sehr effizient arbeiten kann. Alles in dem Sinne positiv, als unsere Ernährung sich dadurch verbessert hat, aber auf Kosten der Artenvielfalt. Dieser Rückgang der Biodiversität hat nun Folgen für die Leistungen, die wir aus der Natur beziehen, die Ökosystemleistungen. Und wir unterscheiden als Wissenschaftlerinnen zwischen den regulierenden, den materiellen und den immateriellen Ökosystemleistungen. Unter den regulierenden Leistungen sind all diese Funktionen, die die Biodiversität in Ökosystemen erfüllt, abgebildet. Die Bestäubung, die Bodenbildung, aber auch die Reinigung von Trinkwasser oder der Schutz von Küsten oder Flusstälern vor Überschwemmungen. Die materiellen Ökosystemleistungen, das sind eben all die Güter, die wir aus der Natur beziehen, die Fische, aber auch das Getreide oder die Hölzer oder die Medizinalpflanzen. Und dann haben wir noch die nichtmateriellen Ökosystemleistungen. Das ist im Prinzip die Erholung oder auch die Gesundheit, die wir aus der Natur beziehen, die Schönheit, die wir in der Natur empfinden, die Heimat, die uns die Natur ist oder auch die Spiritualität, die für viele von uns die Natur bedeutet. Und der Weltbiodiversitätsrat hat für 18 von diesen verschiedenen Ökosystemleistungen die Veränderungen in den letzten 50 Jahren angeschaut und Sie sehen praktisch überall eine Abnahme. Mit der Biodiversität nehmen die Leistungen der Natur ab, mit drei wenigen Ausnahmen, das sind die hier, unsere Erträge für Energie, Energiepflanzen haben zugenommen, die Ernährung und das Tierfutter hat zugenommen und die Materialien, vor allem Fasern, Baumwolle haben zugenommen. Auf Kosten eben dieser ganzen regulierenden und nichtmateriellen Leistungen. Einfach ein paar Beispiele, was das denn ganz konkret bedeutet an der Gruppe, über die ich am liebsten arbeite, über die Vögel. Vögel leisten durchaus wichtige materielle Ökosystemleistungen, indem sie zum Beispiel Schädlingsbekämpfung betreiben. Das sind Untersuchungen, die wir am Kilimandscharo durchgeführt haben, wo wir solche Kaffeebüsche eingepackt haben mit so Netzen, sodass dann die Vögel und zugegebenermaßen die Fledermäuse nicht drankommen. Und dann haben wir einmal gemessen, wie stark die Blätter angefressen werden und dann wurden die Kaffeeerträge gemessen. Die sind hier dargestellt in drei verschiedenen Typen von Lebensräumen, in Agroforst, in Kaffeeplantagen mit Schattenbäumen und Kaffeeplantagen ohne Schattenbäume. Und die dunkelgrauen Balken, das sind die Erträge an Kaffee, da wo die Vögel und Fledermäuse Zugriff hatten und die Erträge sind in der Tat höher. Nicht riesig viel höher, aber sie sind höher, da wo also Vögel als Schädlingsbekämpfer zur Verfügung stehen. Eine zweite ganz wichtige Ökosystemfunktion von Vögeln ist die Samenausbreitung. Vor allen Dingen in den Tropen sind mehr als 90 Prozent der Baumarten, werden durch Wirbeltiere, vor allen Dingen durch Vögel ausgebreitet. Und diese ganze wunderbare Vielfalt der Früchte, der Formen, der Farben, die ganzen Nährstoffe, die die Bäume da reinstecken, sind Anpassung an die Samenausbreitung durch Tiere, vor allen Dingen durch Vögel. Und um das mal exemplarisch darzustellen, haben wir hier mit einer tropischen Vogelart, das ist der Trompeter Nashornvogel, gearbeitet und mal geschaut, wie bewegen die sich denn durch die Landschaft und können die die Samen wirklich über große Distanzen ausbreiten. Das ist der größte Früchtefresser im südlichen Afrika. Und so sieht ein Tag im Leben von so einem Nashornvogel aus. Die übernachten, oder der Vogel hat jetzt in dieser Schlucht, Oribe Gorge Nature Reserve, übernachtet. Und die dicken roten Punkte sind immer eine Viertelstunde auseinander. Der Vogel hat dann am frühen Morgen die Schlucht verlassen, ist jetzt hier in die südafrikanische Agrarlandschaft geflogen, hat hier in einer Feige einen kurzen Zwischenstopp gemacht, ist dann hier weiter geflogen und das ist Zuckerrohr, das zum Teil abgebrannt ist, und hat dann hier in einem kleinen Wäldchen vielleicht eine Stunde verbracht, dann beigedreht, war dann hier eine Stunde, anderthalb in so einem Garten bei einem Farmer, ist wieder weiter geflogen, hat dann hier etwa zwei Stunden im nächsten Wäldchen verbracht und ist dann wieder in den nächsten Farmgarten geflogen. Und die Landwirtinnen in Südafrika, die bauen in ihren Hausgärteln extra Bäume mit Früchten an, weil die die Vögel anlocken und die dann einfach gerne am Nachmittag auf der Terrasse sitzen, ihre Tasse Tee genießen und die Vögel und anderen Tiere in den Bäumen beobachten. Und am Nachmittag fliegt der Vogel dann wieder durch die Agrarlandschaft mit kleinen Zwischenstops zurück und übernachtet dann wieder in der Schlucht. Das heißt, die Vögel sind ganz wichtige Samenausbreiter, die dann auch Samen von Fragment zu Fragment transportieren können und es erlauben, dass die Bäume sozusagen sich anpassen können, auch an den Klimawandel anpassen können, auch mit dem Klimawandel mitwandern können. Eine weitere wichtige Leistung, die uns wirklich auch überrascht hat, ist, es gibt einen ganz starken Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und dem Wohlbefinden, vor allem der Zufriedenheit der Menschen. Hier haben wir Daten auf der linken Seite dargestellt, von dem sogenannten European Quality of Life Survey ausgewertet. Das ist eine Befragung von in dem Fall 35.000 Europäerinnen, die werden 200 verschiedene Fragen gefragt. Eine davon ist, wie zufrieden sind Sie derzeit mit Ihrem Leben im Allgemeinen, Skala 1 bis 10. Das ist nah an dieser Glücksforschung dran und je blauer das hier ist, umso zufriedener sind die Menschen, eher in Skandinavien, je röter, desto unzufriedener sind sie, eher in Südosteuropa. Und es gibt ganz viele Fraktoren, die diese Zufriedenheit beeinflussen, ist auch gut untersucht, zum Beispiel das Einkommen oder der Familienstand und ob die Menschen gesund sind. Und was wir dann neu getestet haben, ist, wie sieht die Artenvielfalt an Vögeln in der Region aus, wo die Menschen leben. Und wir haben einen hochsignifikanten Zusammenhang gefunden. Da, wo es viele Vögel in der Region gibt, wo die Menschen, die Befragten leben, ist die Lebenszufriedenheit der Menschen signifikant höher. Und das hier für diese unterschiedlichen europäischen Länder kontrolliert. Und das Erstaunliche für uns als Wissenschaftlerinnen war die Effektstärke. Die ist nämlich genauso hoch wie das Einkommen. Wenn wir das Einkommen um 10 Prozent erhöhen, erhöht sich die Zufriedenheit im selben Maße, wie wenn wir die Vogelvielfalt um 10 Prozent erhöhen. Also ein Faktor, der unsere Zufriedenheit massiv beeinflusst. Und die wenigsten von uns werden sich dessen wirklich bewutzt sein. So, also keine Frage, es ist Zeit zum Handeln. Wir müssen hier was tun. Und die positive Nachricht gleich zu Beginn, wir können was tun und wir können die Kurve kriegen. Wir können diesen Rückgang der Biodiversität auffangen und wir können die Biodiversität wieder fördern und nach oben bringen. Was hier dargestellt ist, ist über die Zeit, die Veränderung in der Biodiversität und diese schwarze Linie zeigt den Rückgang der Biodiversität, wie zum Beispiel in dem Living Planet Index am Anfang dargestellt. Und dann gibt es hier verschiedene Zukunftsmodelle. Und das sind dieselben Arten von Modellen, die Sie vielleicht aus der Klimawandeldiskussion schon kennen. Zum Beispiel war das 1,5 Grad Ziel eins von diesen Zukunftsszenarien für Klima. Es gab auch noch ein 2 Grad Ziel und ein 2,5 Grad Ziel und so weiter. Und in den Verhandlungen in Paris hat sich die Weltgemeinschaft dafür entschieden, das 1,5 Grad Ziel einzuschlagen oder sich zumindest darum zu bemühen. Und genauso sind das jetzt unterschiedliche Zukunftsszenarien für Biodiversität. Und eins, das ist das Schwarze, das weist hier weiter düster nach unten. Wenn wir weiter so machen wie bisher, Business as usual, wird die Biodiversität weiter dramatisch bis Ende des Jahrhunderts abnehmen. Aber es gibt auch eins, das ist das Gelbe, das zeigt wieder hier nach oben. Da wurde der Rückgang der Biodiversität bis zum Jahr 2030 gestoppt und bis zum Jahr 2050 ginge das wieder nach oben. Und was sind die Maßnahmen? Es sind drei verschiedene Maßnahmenpakete. Erstens Conservation, Naturschutz. Wir brauchen größere und besser gemanagte Schutzgebiete und wir brauchen Renaturierung. Das Ziel, das jetzt auch Ende des Jahres bei dem Übereinkommen zur biologischen Vielfalt verhandelt wird, ist, dass wir 30 Prozent der Fläche an Land und in den Meeren unter Schutz stellen. Das würde einen wesentlichen Beitrag leisten. Reicht aber alleine nicht. Der zweite Faktor wäre die Supply-Seite, die Erzeugerseite. Das spielt bei uns weniger eine Rolle, aber in vielen Ländern des globalen Südens, vor allem in vielen afrikanischen Ländern, spielt es eine große Rolle. Da sind nämlich die Erträge nach wie vor sehr niedrig und durch eine bessere Art der Landwirtschaft könnte man da landwirtschaftliche Erträge erhöhen und verhindern, dass sich die Landwirtschaft weiter in die Wälder reinfrisst. Aber die zwei Faktoren alleine reichen auch nicht. Wir brauchen einen dritten Faktor und das ist die Demand-Seite. Das ist die Verbraucherinnen-Seite. Das sind wir als Verbraucher. Und dazu gehört weniger Lebensmittelverschwendung. Die ist nämlich dramatisch. 15 Prozent der Anbaufläche in Deutschland wird im Prinzip verschwendet, wenn man das durchrechnet, was wir als Lebensmittelverschwendung tolerieren. Und der zweite ganz wichtige Faktor ist weniger tierproduktbasierte Ernährung, also mehr pflanzenbasierte Ernährung. Und da komme ich gleich dazu. Und das haben wir jetzt hier in dieser Stellungnahme der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, zusammengestellt. Erster Faktor, natürlich muss sich die Landwirtschaft ändern. Wir brauchen mehr Ökolandbau. Das europäische Ziel ist, 25 Prozent der Fläche bis zum Jahr 2025 Ökolandbau zu betreiben. Wir brauchen wieder mehr genutzte Wiesen und Weiden und extensive Beweidung. Wir müssen die natürliche Schädlingsbekämpfung stärken, weniger Pflanzenschutz, weniger Düngung und eine strukturreiche Landschaft mit Hecken, Bäumen und Brachen. Nun ist es aber nicht so, dass die landwirtschaftlichen Betriebe zum Spaß so wirtschaften, wie sie wirtschaften. Die stehen unter einem immensen Preisdruck und einem Riesendruck, eben produktiv zu arbeiten, um überhaupt Gewinne zu machen. Und das bedeutet, es reicht nicht nur bei der Landwirtschaft anzusetzen. Wir brauchen eine ganze Agrarwende. Das betrifft die Agrarpolitik. Da insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die GAP. Die Subventionen müssen weg von der Fläche, wo derzeit die Hauptanteile landen. Die müssen hin auf die Gemeinwohlleistungen der landwirtschaftlichen Betriebe ausgerichtet werden. Also auch der Beitrag, der zum Artenschutz, zum Klimaschutz, zum Wasserschutz geleistet wird. Und da gibt es Vorschläge aus der Landwirtschaft, wie das passieren kann mit Punktemodellen. Das ist durchaus umsetzbar. Wir können aber auch auf der nationalen Ebene ansetzen, müssen nicht immer nur nach Brüssel schauen oder auch auf der Ebene der Bundesländer. Die Rettet-der-Biene-Aktion der Bayern hat das ja vorgemacht. Wir brauchen eine andere Art der Landschaftsplanung, die sehr viel gemeinsamer mit den landwirtschaftlichen Betrieben stattfindet. Und wir brauchen aber auch Verbesserungen in der Technologieentwicklung. Wir müssen die Möglichkeiten der Robotik und Digitalisierung nutzen. Und wir brauchen andere Sorten. Nicht mehr die Hochleistungssorten, sondern eher robuste, krankheitsresistente und dürretolerante Sorten. Merken wir dieses Jahr wieder ganz dramatisch. Was aber ganz klar ist, der Ökolandbau hat im Mittel niedrigere Erträge als der konventionelle Anbau. Das sind etwa 25 Prozent weniger. Je nach Sorte und Kultursorte kann das auch mal mehr sein. Und diese krankheitsresistenten und dürrerresistenten Sorten haben auch niedrigere Erträge. Und deswegen brauchen wir wirklich eine Änderung in unserem Ernährungs- und Konsumverhalten. Und es muss klar sein, dass wir für die Biodiversität mehr Geld ausgeben müssen, so wie wir uns das leisten können. Und entsprechend gute, gesunde Lebensmittel kaufen, weniger Fleisch essen und weniger Lebensmittelverschwendung. Und der Fleischkonsum hat einen riesigen Effekt. Für ein Kilogramm Rindfleisch brauche ich 160 Mal die Fläche wie für ein Kilogramm Kartoffeln. Also das heißt, mit dem individuellen Fleischkonsum kann ich einen Riesenunterschied machen und das System sehr viel besser in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Dann müssen aber natürlich auch Handel und Märkte ansetzen. Biodiversitätsfreundlich erzeugte Lebensmittel muss ich im Supermarkt erkennen. Die regionale Vermarktung muss verbessert werden. Und wir brauchen das Wissen, die Bildung und Vermittlung von diesen Hintergründen. Und noch ein weiterer Faktor. Wir haben derzeit einen Konsum im globalen Norden, der auch massiv auf viele Länder des globalen Südens geht. Wenn wir schauen, was wir hier in den Importländern Westeuropa, aber auch Osteuropa, Nordamerika, an landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Gütern importieren, hier von der linken Seite, vor allen Dingen aus Asien und Pazifik, Zentral- und Südamerika und aus Afrika, sehen wir diese ganzen Güterflüsse aus dem globalen Süden zu uns. Und das hinterlässt in den Ländern natürlich Entwaldung und verlorene Savannen und verlorene Grasland-Ökosysteme und damit ein Verlust an Biodiversität. Und das ausgerechnet in den Ländern, wo die Biodiversität am höchsten ist. Und wenn wir hier gucken, wie viel Acker brauchen wir in Deutschland für den Anbau von unseren Gütern, dann ist das unser Ackerfußabdruck in Deutschland, das sind etwa 20 mal 20 Meter und das ist unser Ackerfußabdruck im Ausland, das sind 30 mal 30 Meter, der ist größer als bei uns in Deutschland. Und wenn man dann guckt, das sind Futtermittel und auch Energie und Materialien, für die wir Regenwälder abholzen. Und wenn wir uns eben pflanzenbasierter ernähren würden, dann würde unser Fußabdruck auf der Erde sehr viel kleiner sein. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre große Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld und freue mich dann gleich auf Ihre Fragen und auf die Diskussion. Dankeschön. Wir haben gesagt, wir machen noch eine kurze Fragerunde, aber nur Verständnisfragen. Diskussion kommt später noch und nicht zu kurz. Also, gibt es noch Rückfragen zu Einzelnen? Also, ich habe mindestens eine Rückfrage, aber Sie kommen vor mir. Also, da hinten sehe ich nicht, Sie können ans Mikrofon gehen, das am Fenster steht. Ansonsten sind Sie nicht zu verstehen. Ja, stehen Sie offen, gehen bitte darüber. Meine Frage wäre... Bitte ans Mikro, ans Fenster. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch gut ist. Mein Name ist Hansen. Ich habe eine Frage, Sie beachten den Begriff Ökosystemleistung. Und ich habe den Begriff das erste Mal vor ein paar Jahren vom Professor Moosburger gehört. Und da gab es auch eine Broschüre, wo die Boston Consulting Group mitgewirkt hat. Und ich warte immer darauf, dass der Schritt getan wird von der Kennzeichnung, wo findet Ökosystemleistung statt, zu dem betriebswirtschaftlichen Begriff, zu der betriebswirtschaftlichen Anwendung, damit wir das ins Wirtschaftssystem auch wirklich einführen können und solche Ziele wirtschaftlich anstreben können. Das haben Sie jetzt, so weit sind Sie nicht gegangen. Aber ich frage mich, wann kommt das? Und gerade von Senckenberg. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Und der Grund, warum das nicht existiert, ist, dass es für die Biodiversität diese Monetarisierung, also wirklich in Euro oder Dollar von diesen ganzen Ökosystemleistungen, das zu berechnen, ist unglaublich schwierig. Das ist für das Klima, den CO2-Fußerdruck einigermaßen möglich. Aber selbst da gibt es eine Debatte darüber, was jetzt der sogenannte Social Cost of Carbon ist. Aber das kann man in der Zwischenzeit, hat man auch ganz mutig mal als Preisaufschläge im Supermarkt draufgelegt, was jetzt die zusätzlichen Kosten wären, wenn ich den CO2-Preis mit reinziehe. Aber die Leistungen der Biodiversität sind so vielfältig, dass man das nicht einfach monetarisieren kann. Man kann es für einzelne Leistungen in der Zwischenzeit ganz gut machen, für die Bestäubung zum Beispiel. Aber der Grund, warum es da einigermaßen gut geht, ist, weil das marktfähige Güter sind, wo ich einfach einen Marktpreis habe und dann wirklich, sagen wir mal, bei dem Beispiel mit dem Kaffee berechnen kann, 20 Prozent mehr Erträge, Kaffee hat den und den Preis auf dem Markt, kann ich diese Leistungen im Prinzip da abbilden. Aber die ganzen komplexen Leistungen, Bodenbildung oder selbst Küstenschutz oder dann diese ganzen nicht materiellen Leistungen, da sind wir noch leider weiter von entfernt, das wirklich in Euro zu fassen. Am ehesten kann man eben und nutzt diesen indirekten Nachweis, indem ich gucke, ist auf meinem Lebensmittelprodukt ein Öko-Label drauf? Ist das Naturland, Bioland, Dimeter oder zumindest dieses europäische Logo? Da kann ich zumindest ablesen, dass das jetzt im biologischen Landbau, ökologischen Landbau erzeugt wurde und deswegen einen geringeren Biodiversitätsfußabdruck hat als ein konventionelles Produkt. Danke, Frau von Münchhausen wollte da was ergänzen. Ja, genau. Im Prinzip haben wir zum Teil schon eine Entlohnung von Ökosystemdienstleistungen und zwar in dem politischen Instrument der Agrarumweltmaßnahmen. Das haben wir ja seit 1992 in die Agrarpolitik, die europäische, mit eingeführt und da gibt es für bestimmte Tätigkeiten, für ein Mähen auf dem Grünland, für den Erhalt von, für Einführung von Lärchenfenstern, um bei ihrem Beispiel zu bleiben, eine Entlohnung für die Landwirte, die diese bestimmte Dienstleistung im Rahmen von Programmen, die auf Länderbasis ausformuliert werden, erbringen und dafür bekommen sie eine Entschädigung für die zusätzlichen Kosten. 100 oder 150 oder 300 Euro pro Jahr. Also dieses Instrument haben wir, aber ich gebe Ihnen natürlich recht, das umfasst nicht diese umfassende, worauf Sie jetzt eingegangen sind, die umfassende Entlohnung von Ökosystemleistungen. Nichtsdestotrotz sollten wir im Hinterkopf behalten, dass wir jetzt schon seit 1992 Erfahrungen haben mit den Agrarumweltmaßnahmen in Europa, dass ein ziemlich erfolgreiches Instrument ist, zumindest in dem Bereich, wo es funktioniert, wie bei den Vögeln beispielsweise oder bei Pflanzen, dass es in vielen anderen Ländern so in dem Rahmen nicht gibt. Und der Wunsch war ja auch immer, dieses Instrument der Bezahlung für Ökosystemleistungen, das sehr viel weiter auszubauen und das ist diese ständige Diskussion um die Agrarpolitik und ich denke, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen im weiteren Verlauf der Diskussion. Ja, und aus einer anderen Veranstaltung zur Biodiversität mit Frauke Fischer, was hat die Mücke je für uns getan? Sehr lustig das Buch, lesenswert. Und da habe ich irgendwo die Zahl gefunden, dass die Ökosystemdienstleistung die wirtschaftliche Brutto-Wertschöpfung um das 1,5- bis zweifacher übersteigt. Also deswegen sind wir ja eigentlich schon bei dem Priorisieren. Also erst Biodiversität schützen und dann schauen, wie wir Wertschöpfung weiter betreiben. Und ich habe auch noch mal eine Frage, Sie haben das Beispiel mit der Kuh gebracht und ja, die Kuh als Klimakiller ist ja auch eine Frage der Haltungsform. Also lebt sie auf dem Grasland oder lebt sie im Stall mit irgendwelchen Kraft- und Turbofutter und vielleicht sind es ja unterschiedliche Arten von Kühen auch. Wie sieht das eigentlich aus mit anderen Tieren, zum Beispiel Schafe? Sind für mich immer so Klimaschützer auf vier Beinen. Also man muss das bei den verschiedenen Tieren durchaus differenzierter sehen. Also ein Punkt, ganz klar, wie werden die Tiere gehalten, wobei leider auch, also die Kühe, die auf der Weide stehen und relativ hartes Futter fressen, die haben leider auch eine sehr unangenehme Verdauung und stoßen eher mehr Treibhausgase aus als die Kühe, die im Stall gefüttert werden. Aber Klima ist eben nicht der einzige Faktor, sondern Biodiversität ist eben ein weiterer wichtiger Faktor. Humusaufbau ist ein wichtiger Faktor. Wasserschutz ist ein wichtiger Faktor. Ressourcennutzung ist ein wichtiger Faktor. Und vor allen Dingen, wenn ich auf Biodiversität schaue, ist Weidehaltung einfach unglaublich gut und wichtig, weil eben diese wunderbaren blühenden Wiesen und Weiden, das ist der Lebensraumtyp, den wir in Deutschland, in der Agrarlandschaft am stärksten verlieren. Und der wird für landwirtschaftliche Betriebe nur lohnend, wenn es dann auch einen Markt für diese Weidetiere gibt. Also das heißt, mein Bettojoe ist anders als vielleicht andere, vor allem auch aus der Klimakommunity, ein moderater oder auch geringer Fleischkonsum ist durchaus wünschenswert für die Biodiversität. Sagen wir mal einmal in der Woche der Sonntagsbraten und da dann eben Weidetiere, die wirklich im Freiland gehalten werden, aus der Region kommen. Und da sind dann eben die Rinder natürlich ein Aspekt, die Schafe, aber auch, es ist eigentlich gruselig zu sehen, dass man zum Teil, wenn man dann irgendwo im Restaurant Lamm isst oder Schaf isst, das kommt aus Neuseeland. Das kommt nicht vom Vogelsberg oder vom Odenwald oder so, wo ich gerade in den höheren Lagen logischerweise eigentlich eine Schafhaltung haben sollte, um genau diese blühenden Wiesen zu erhalten. Eine Verständnisfrage? Ich muss den weiten Weg zum Mikrofon gehen. Ja, ich habe eine Frage, jetzt gerade die Diskussion um die Wirtschaftlichkeit. Bedeutet das, dass Lebensmittel eigentlich wesentlich teurer werden müssen? Die traurige Antwort ist ja. Also eigentlich muss diese ganzen externen Kosten, die nicht im Preis der Produkte abgebildet sind, das was zum Beispiel im Zweifelsfall als Überdingung im Grundwasser landet und wo das Wasserwerk dann mit viel Geld unsere Steuermittel das Wasser wieder aufbereitet, sodass wir den Stickstoff wieder aus dem Grundwasser draußen haben. Oder der Verlust der Biodiversität hat ja dann auch vielleicht auf den nächsten Betrieb, die da eine Apfelplantage haben, Probleme, wenn mit den Insekten sterben in der Agrarlandschaft, die dann womöglich Bienenstöcke anmieten müssen, damit ihre Apfelplantage bestäubt ist. Also da stecken ganz viele Kosten drin, die vom Betrieb auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Da kann der Betrieb jetzt nichts dafür. Die stehen ja unter diesem immensen wirtschaftlichen Druck. Es sei denn, sie sind so eingebunden, dass diese besseren Teile der Agrarumweltmaßnahmen genutzt werden können. Aber eigentlich muss dieser Preis mit rein in die Produkte und das bedeutet gerade bei Fleisch, dass sich der Preis der Produkte im Laden etwa verdreifachen würde. Beim pflanzlichen Produkten, zum Beispiel bei Äpfeln oder so, ist der Unterschied viel geringer und tendenziell ist der zusätzliche Preisaufschlag für Ökoprodukte niedriger als für konventionelle Produkte, weil Ökoprodukte einen nicht so negativen ökologischen Fußabdruck haben. Es ist vollkommen klar, dass das bedeutet, eigentlich sind Lebensmittel viel zu billig, wir müssten eigentlich viel teurere Lebensmittel haben, mit allen natürlich auch sozialen Konsequenzen, die das gerade in Jahren der Inflation und der großen Belastung auch durch die Energiepreise hat. Also so ganz kurz, oder wollen Sie das in Ihren Vortrag gleich einbinden? Nee, ich dachte, ich habe keinen Vortrag, sondern wir diskutieren. Nee, ich dachte, Sie haben noch eine Gelegenheit zu einer Response. Also billig können wir uns nicht mehr leisten, wäre dann der Abzug. Gut, dann war eigentlich so der Plan, direkt eine Frage an Frau Böhne-Gese oder dann zur Diskussion schon? Nee. Okay, dann gehen Sie noch. Dann können Sie schon mal die... Ja, es gibt immer diese Kontrovers, man braucht resistente Sorten, die angepasst sind jetzt für die Dürren, für das Klima. Meinen Sie so alte Sorten, da sollte man diese alten Sorten, die vielleicht nicht benutzt werden, erforschen, oder die ganz veränderte Version? Das ist eine schwierige Frage. Also, da bin ich jetzt nicht in der Züchtungsforschung gut genug drin, dass ich sagen kann, ob man die alten Sorten wirklich eins zu eins übernehmen kann. Zum Teil hat man das gemacht, zum Beispiel, ich komme von der Schwäbischen Alb, Süddeutschland, und da gab es über Jahrtausende einen Linsenanbau und der ist dann in den 60er Jahren eingestellt worden, letztes Jahrhundert, weil er ineffizient war und auch die Linse als Produkt nicht mehr so geschätzt wurde. Dann haben die tatsächlich jetzt detektivischer Kleinarbeit zwei alte Linsensorten in einem Saatgutdepot in St. Petersburg wiedergefunden, die Linse wieder auf die Schwäbische Alb gebracht und die wird da jetzt ziemlich großflächig im Ökolandbau wieder angebaut. Die ganz alten Sorten, da hat es offensichtlich funktioniert. Aber es gibt durchaus auch eine berechtigte Debatte darüber, ob wir uns, dadurch, dass wir so restriktiv gegenüber der Gentechnologie sind, uns nicht zu sehr einschränken. Also, ich habe dazu keine eigene Meinung, weil das nicht mein Fachgebiet ist, aber meine Kolleginnen aus der Leopoldina, auch aus der DFG, haben auch gerade jetzt letzte Woche wieder eine Stellungnahme veröffentlicht, wo sie sagen, das ist in der Zwischenzeit sehr gut untersucht, die negativen Folgen auch, dass Gene ausbüchsen würden und vielleicht in wildlebenden Pflanzen weiterleben würden, dass es praktisch widerlegt und es würde viele Möglichkeiten bieten und mein Plädoyer wäre, sich dieser Debatte einfach ehrlich zu stellen und die wieder zu öffnen und zu sagen, was hat sich jetzt 20 Jahre später getan in der Debatte, hilft es uns doch für die schnelle Entwicklung von anderen Sorten oder sind die Risiken nach wie vor zu hoch? Die Frau von Münchhausen hat vorgeschlagen, wir gehen gleich in die Diskussion, ich dachte, sie hält eine kleine Response. Sehr gerne. Und sage ich mal zu den neuen Züchtungen, da steht ja die Frage der Patentierung auch mit drin. Wenn die patentiert werden und dann Bayer Monsanto und die anderen großen Kraken dann das für sich beanspruchen, dann zerstören die doch die ganze bäuerliche Kleinwirtschaft in der ganzen Welt. Das ist absolut richtig und absolut berechtigt. Das ist berechtigt und auch ein ganz kritischer Faktor. Es gibt in manchen Ländern, zum Beispiel in Indien, auch eine relativ weite Verbreitung von genmodifizierten landwirtschaftlichen Produkten und da ist es nicht über die Riesensaatgutfirmen gelaufen, sondern eher lokal und hat wohl dort einmal die Erträge deutlich gesteigert und vor allen Dingen auch das Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe deutlich gesteigert und da ging es wirklich um Armut und Ernährungsunsicherheit. Das heißt, es gibt auch für gentechnisch modifizierte Pflanzen andere, sagen wir mal, Vertriebsmodelle und andere Herstellungsmodelle und man kann das nicht nur einfach in Schwarz und Weiß einsortieren. Also da gibt es von Kollegen sehr belastbare Ergebnisse dazu, dass es diesen indischen Betrieben wirklich geholfen hat. Gut, jetzt möchte ich... Sie wollten mir ja die Möglichkeit geben, ein bisschen zu erwidern, nicht? Nicht nur zu erwidern, sondern auch zu ergänzen. Sie kommen ja sozusagen aus der deutschen, aber auch neuseeländischen Praxis und haben ja da eigentlich einige Erfahrungen dann konkret im Landbau und sind, glaube ich, auch noch in bestimmten Projekten immer noch mit beteiligt, so wie dieses Projekt Schäfer schützen. Was ist das eigentlich? Das haben Sie auch herausgefunden. Sie haben Neuseeland angesprochen und vielleicht bietet sich das an, noch in Ergänzung zu dem, was Frau Böse erläutert hat, noch mal zu verdeutlichen, wie die unterschiedlichen Ansätze in den verschiedenen Ländern sind, weil in einem Land wie Neuseeland ganz klar die gesellschaftliche Entscheidung gewesen ist, vor 20, 30, weiß ich nicht wie viele Jahren, dass man sagte, wir machen eine Segregation. Wir trennen Naturschutzflächen von denen, die wirtschaftlich genutzt werden und da ist das tatsächlich so, dass dann die Naturschutzflächen 100 Prozent geschützt werden mit der dortigen Fauna und Flora, ein kleiner Prozentsatz, wie das ja immer nur sein kann und das Großteil der Fläche eben so genutzt worden ist, dass eigentlich überhaupt keiner Naturschutz und Artenvielfalt mehr stattfindet mit dem sehr radikalen Abholzen, mit dem Import von europäischen Gräsern, mit dem Import von europäischen Tieren und so weiter und das ist ein anderes Modell, als das, das wir uns in Europa ja nicht nur entschieden haben, aber ich erinnere mich so, dass es so in den 80er Jahren oder so muss es da eine sehr intensive Diskussion gegeben haben, wo man so sagte, wollen wir auch diesen Weg der Segregation gehen? Also einige Bereiche extrem schützen und der Rest von Teufel auf Teufel komm raus produzieren. Und in diesem Dialog ist man aber dann dazu gekommen, dass man sagte, nein, wir haben ja eine Kulturlandschaft, die entstanden ist dadurch, dass wir über viele tausend Jahre Lebensmittel erzeugt haben, Tiere dort gehalten haben und Ökosysteme entstanden sind dadurch, dass sie eben bewirtschaftet wurden. Die Lüneburger Heide ist so ein typisches Beispiel. Und die Agrarvögel, die Sie ja vorhin sehr schön in Ihrer Folie eingangs gezeigt haben, das ist so ein Beispiel dafür, dass eben Vögel sich einen Lebensraum gesucht haben, sich in diesem Lebensraum sehr schön entwickelt haben, dem auch angepasst haben, in der über Jahrhunderte dauernden Nutzung. Sie hatten gezeigt, die Wälder sind im Mittelalter sehr deutlich zurückgegangen und diese Agrarlandschaft, die Kulturlandschaft hat sich seinerzeit etabliert. Und aufgrund dessen gibt es also viele Ökosysteme hier bei uns, anders als in Neuseeland zum Beispiel, in dem die Agrarlandschaftsarten, die Kulturlandschaftsarten nur zu erhalten sind mit einer entsprechenden Nutzung. Für diese Gebiete, und da sind die Kalk-Magerrasen beispielsweise ein gutes Beispiel, brauchen wir auch dann ganz gezielt diese Agrarumweltmaßnahmen, die ich ja vorhin angesprochen habe, um die Flächen so extensiv zu bewirtschaften, dass diese kulturfolgenden Arten da auch bleiben. Das ist zumindest soweit die Theorie. Wir sehen aber trotzdem, und das haben Ihre Zahlen sehr schön verdeutlicht, das funktioniert nicht ausreichend. Wir haben zwar diesen Ansatz mit den Agrarumweltmaßnahmen, aber das ist dann doch so punktuell und nicht grundlegend genug, dass ich vollkommen Ihrem Statement zustimme. Das reicht nicht, wir müssen sehr viel weitergehen, wir brauchen die Agrarwende, und das haben Sie auch schon sehr deutlich gemacht, mit der Agrarwende hängt die Ernährungswende zusammen. Und wie die dann im Einzelnen aussieht, das werden wir sicherlich noch besprechen, aber so ganz konkret vielleicht noch mal, auch das knüpft sehr schön an das Bild an, was Sie gezeigt haben. Wir brauchen mehr Landschaftselemente, wir brauchen wieder eine stärker strukturierte Landschaft und diese stärker strukturierte Landschaft, die muss dann auch wieder besser verbunden werden. Diese Konnektivität zwischen den Landschaftselementen, die brauchen wir sehr viel stärker. und da wäre ein Punkt, wo ich Ihnen ein bisschen widersprechen muss, weil Sie so sagten, die Betriebe werden immer größer. Und die Größe der Betriebe muss nicht unbedingt das Problem sein, wir haben auch im ökologischen Landbau beispielsweise sehr große Betriebe, Fläche pro Entscheidungsträger, das ganz große Problem, was wir haben, ist, dass die Flächen so groß sind, nicht unbedingt, dass die Betriebe so groß sind. Denn da sehe ich zum Beispiel eine Chance, die kommen könnte, aufgrund der Größe der Betriebe, dass wir über die Robotik, über das Einsetzen von digitalen Lösungen zum Beispiel wieder sehr viel kleinere Mosaiklandschaften haben können. Denn wir haben jetzt die großen Maschinen, die großen Schläge, weil wir mit sehr einfachen Entscheidungsstrukturen, sehr großen Maschinen, in den neuen Bundesländern haben wir das ja insbesondere, oder in Norddeutschland mit diesen großen Maschinen eine große Schlagkraft haben. Wenn wir aber intelligente Technologien einsetzen, dann ist das nicht unbedingt notwendig. Dann könnte man auch auf einem großen Schlag die Fruchtfolge sehr viel stärker auffächern und das würde für den Artenschutz sehr, sehr viel bringen. Flächen kleiner machen, müssen nicht unbedingt die Betriebe kleiner werden, Flächen kleiner werden, dort Nischen schaffen, in denen die Arten Rückzugsgebiete haben und auch das zeigte ja ihr Bild mit dem Vogel eigentlich sehr schön, das gilt für unsere Agrarlandschaft genauso und dann aber dafür zu sehen, dass diese Trittsteine, wo die eben hin und her wandern können und das hängt sehr stark von der Art ab, das ist natürlich für die Amphibien anders als für einen Vogel, der jetzt fliegen kann, dass die sich in diesen ökologischen Nischen, die dazwischen entstehen oder auch in den Gebieten, in denen sie mit der Lebensmittelerzeugung auf den Flächen im Einklang leben und sich entwickeln können, sich dann auch entsprechend ausbreiten können und die Populationen austauschen können. Das vielleicht so als Input. Gut, danke. Vielleicht nochmal so von der Moderation her ein Aufruf, dass die Personen im Netz auch sich beteiligen können. Wir haben extra Christina Keim am Laptop und die hat auch ein Mikrofon und schaltet sich ein, wenn dort eine Frage auftaucht. Wenn Sie sich hier im Raum beteiligen wollen, dann bitte ich Sie, auf meine Sehschwäche einzugehen und dass Sie aufstehen und zum Mikrofon gehen, dann kriege ich das mit. Einfaches Melden kann ich leicht übersehen. Und jetzt versuche ich zum Thema zurückzukommen. Wir haben ja ein aktuelles, das ist wirklich nur ein paar Wochen her, diesen Konflikt zwischen dem Deutschen Bauernverband, Joachim Ruckwied, da könnte man ja auch nochmal unter Wikipedia gucken, welche Flächen er bewirtschaftet und für wen er da aktiv ist und dass er durchgedrückt hat mit der Begründung, Deutschland müsste doch jetzt zur Welternährung sonst wie was beitragen und der Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister konnte offenbar nicht zu viel dagegen halten. Wie beurteilen Sie beide sozusagen diese Stärke, auch politische Macht, irgendwie da etwas einzusetzen? Haben sich da die Ökobauern nicht stark genug gemacht? Ich meine gerade bei einem grünen Landwirtschaftsminister oder wie kriegt man das dahin? Ist ein Jahraufschub der Regeln, ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Ist das gut verdaubar? Also wir haben ein ganz aktuelles Problem und das haben wir insbesondere in Hessen. Sie sprachen ja vorhin an, wir brauchen mehr Bereitschaft bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Lebensmittel zu kaufen, die relativ stark im Einklang mit der Natur erzeugt worden sind. Da ist der Ökolandbau ein guter Hinweis. Ökolandbau ist nicht immer perfekt, auch da gibt es noch Sachen, die verbessert werden können. Aber das Problem, was wir ganz aktuell haben, ist, dass wir sehr viele Menschen haben, die nicht mehr öko- oder regional ihre Lebensmittel einkaufen, obwohl die gar nicht so viel teurer sind, wenn wir gerade an Produkte denken, wo die Preisspanne nicht so ein großer Unterschied ist, wie bei Kartoffeln oder bei Gemüse. im Moment werden, und das müssen wir uns wirklich klar werden, im Moment werden öko-erzeugte Tomaten in Hessen vernichtet, weil sie nicht verkauft werden können. Rewe Landmarkt, Märkte sind zusammen, also nicht zusammengebrochen, stark zurückgegangen, die direktvermarktenden Betriebe, die Lieferdienste haben deutlich weniger, weil ein Großteil der Menschen eben Angst hat in der Krise jetzt, in der sich abzeichnenden Krise, allein die Angst, ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Portemonnaie schon spüren, aber vor allem auch Menschen, die es sich eigentlich leisten können, selbst dann, wenn sie viel mehr für die Heizung im Winter bezahlen müssen, fahren zu den Discountern, kaufen dort vielleicht auch Öko ein, aber dann mit einem hohen ökologischen Fußabdruck aus Spanien oder so importiert mit den ganzen Wasserproblematiken und wir haben massive Probleme für unsere ökologischen Erzeuger hier bei uns vor den Toren Frankfurt. Und wir versuchen, die jetzt so gut wie möglich von Seiten des Ernährungsrates auch zu unterstützen. Mit einer Kampagne sind im Gespräch, wo wir vielleicht Geld herkriegen können, um aufzuklären, weil ich denke, dass es vielen Menschen so geht, wie sie spontan sagten, ach du meine Güte, das wissen wir ja gar nicht. Das ist das ganz Aktuelle. Da ist auch eine Veranstaltung in Planung am 5. Oktober. Wollten wir mit Jörg Weber da etwas machen. Die Veranstaltung ist noch nicht fertig, aber 5. Oktober, 19 Uhr, könnte was laufen. Auf Herrn Ruckweg gehe ich dann gleich noch ein, aber vielleicht nehmen wir erst die Fragen. Das Publikum zuerst. Zu dieser Situation, dass die Leute doch jetzt die konventionellen Produkte kaufen, weil sie glauben, damit billiger wegzukommen vielleicht und mehr Geld im Portemonnaie übrig zu behalten. Ich sage bewusst, weil sie glauben, weil vielleicht ist es ja gar nicht so. Und sie sagen jetzt, da muss mehr Aufklärung betrieben werden, dass diese Kurve nicht genommen wird, sondern dass die Leute bei den Ökoprodukten bleiben. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die ist unverzichtbar, das ist klar. Aber ich komme wieder auf die Ökosystemkosten. Müsste man nicht hier genau an dieser Stelle klar machen, was es bedeutet, wenn wir mit konventionellen Produkten weiter wirtschaften, wie sich die Natur dann entwickelt und was dann die Reparaturkosten der Natur sind. Und die müssen dann auch irgendwie bezahlt werden. Das ist zwar zeitverzögert, das merken die Leute heute nicht, aber das gehört zu der Aufklärung doch ganz intensiv dazu, dass die Leute sich, die Menschen überall, bei uns und anderen Ländern, dass sie das klar gemacht kriegen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen von oben herab, aber da muss man Wege finden, dass man das in die Köpfe reinkriegt, dass sie verstehen, dass sie damit etwas tun, was am Ende unendlich viel mehr kostet, wenn die Natur nämlich kaputt geht. Ab seit drei Monaten haben wir sogar das Problem, dass es droht, dass die Wertschöpfungsketten, die wir haben und die Produkte, in denen das eingepreist ist schon, aber drohen möglicherweise pankrott zu gehen. Also wir haben wirklich, wir reden im Moment nicht mehr von 25 Prozent Ökolandbau im Jahr 25, was eigentlich das politisch proklamierte Ziel für Hessen ist. Das schaffen die ihn nie und nimmer. So wie im Moment die Rahmenbedingungen stehen, werden wir eher Betriebe haben, die zurückumstellen auf konventionelle Bewirtschaftung. Und wir müssen wirklich alles tun, um zu sehen, dass wir die Betriebe, die wir haben, die ökologisch wirtschaften und vor allem die ökologischen Wertschöpfungsketten, die wir haben, die Verarbeitung, die Verpackung, ich sage mal jetzt ökologisch erzeugte Eier beispielsweise, dass die nicht wieder den Bach runtergehen und wir unter Umständen fünf Jahre lang zurückfallen. Gut. Ich höre oder sehe, dass da im Chat eine Frage ist. Ich sehe jemanden am Mikrofon und ich sehe, dass Frau Böning-Gese das Mikrofon genommen hat. Frau Böning-Gese. Vielleicht eine Ergänzung. Also ich finde es auch entsetzlich, wie schnell die Leute kippen. Also wenn man direkt auf dem Wochenmarkt kauft oder direkt beim Erzeuger, sind die Produkte gar nicht so viel teurer als im Supermarkt. Und wenn ich jetzt noch darauf achte, dass mir im Kühlschrank nichts verdirbt, dann komme ich da wunderbar mit hin. Was ich denke, was man vielleicht noch viel stärker in den Blick nehmen könnte, ist die ganze öffentliche Verpflegung in Mensen oder in Kindergärten oder in Krankenhäusern, wenn da subventioniert würde und dann Ökolandwirte einen stabilen Abnehmer hätten, müsste das eigentlich sozial gerecht sein? Man würde genau den Leuten, die sich sonst vielleicht dann doch eher weniger leisten würden, gesundes Essen zukommen lassen und es gäbe stabile Märkte. Ja, also das ist dann die Antwort von Frau von Münchhausen. Sie können dann gleich sagen, was der Ernährungsrat auch tut hier in Frankfurt und Umgebung und Krankenhauskost. Entschuldigung, da muss ich mich als Leitgeprüfter muss ich mich da einklinken. Also ich war längere Zeit im Krankenhaus, insgesamt vielleicht ein Jahr und was man dort an Kost serviert kriegt, das ist nicht gesund. Das ist, und alle Ärzte wissen auch, dass das nicht zur Heilung beiträgt und das ist ein Systemfehler, da werden die Küchen ausgelagert und man kriegt pro Tag pro Patient irgendwo 10 Euro. Entsprechend sieht das auch aus und es gibt, also da wäre viel zu ändern, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was einen Tag im Krankenhaus eigentlich kostet. Insofern ist das Sparen am falschen Ende. So, und jetzt sehe ich jemand schon länger am, machen wir die Diskussion. Also aus dem Chat hat sich Kurt Müller gemeldet zum Thema Monsanto als Stichwort. Wie ist denn die Terminierung von Saatgut, die weltweit angezählt wurde, inzwischen planmäßig bei den Saatgutsorten im Handel üblich? Also ich bin beim Saatgut keine Expertin, ich kann die Frage nicht beantworten. Da müssen wir vielleicht mal eine andere Veranstaltung dazu machen, weil das ein sehr spezielles Themenfeld ist, was unheimlich wichtig ist und offenbar das Interesse auch da ist, aber da braucht man eine Menge Know-how, das ist sehr rechtlich und das ist ein sehr spezieller Bereich. Ich habe im Internet mal eine Veranstaltung mitverfolgt, aber dann, also müssen wir zusammen suchen, wer das, wer so eine Veranstaltung wirklich wissenschaftlich gut begleiten kann und ich weiß, dass die Wissenschaft, also da sind die Meinungen der Wissenschaftler unterschiedlich, im Gegensatz zum Klimawandel oder zur Biodiversität, da kann man nicht sagen, die Wissenschaften streiten. So und Sie stehen so lange jetzt am Mikrofon, jetzt möchte ich Sie. Vielen Dank, ich durfte lehnen, das passt schon. Otto Gebhardt, ich habe eine Anmerkung zu der Aussage, dass die Lebensmittel zu günstig sind. Ich meine vordergründig, meiner Meinung nach ja, aber wenn man mal hinguckt, der größte Brocken in der EU-Haushalt ist die Agrarsubvention, also das muss man schon ein bisschen relativieren. und meine Vermutung ist einfach die, wenn wir tatsächlich die realen Preise zahlen würden, also jetzt überwiegend mal für die konventionellen Lebensmittel, wäre es die Frage, ob die Leute noch 1500 Euro für ein Smartphone alle zwei Jahre, 60.000 Euro alle zehn Jahre für ein Auto, Fernsehäppelschirm, die so groß wie eine Wohnzimmerwand sind, zu den entsprechenden Preisen, ob das dann noch alles so funktionieren würde. Da habe ich dann schon meine erheblichen Zweifel. Und noch so eine grundsätzliche Aussage, mir ist das vor ein paar Tagen mal so durch den Kopf gegangen, da wurde ja mal vor ein paar Jahren die Diskussion angezettelt, die Ökologie mit der Ökonomie zu versöhnen. Und ich glaube, das war die Riesenfalle, in die wir da getappt sind. Weil inzwischen ist es ja bei allen diesen Bereichen, das ist auch unabhängig von der Landwirtschaft, weil Biodiversität hat das ja dann auch Auswirkungen auch in anderen Bereichen. Wenn es dann wirklich darum geht, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, kommt ja doch sehr oft der Aspekt oder das Argument, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, wir sollten es bezahlen. Also ich bin der Meinung, die Formulierung, wenn überhaupt, muss andersrum lauten, dass eben die Ökologie im Vordergrund steht. Und dann müssen wir versuchen, wie können wir das gebacken bekommen, dass wir eine, ja, letztendlich lebenswerte, nachhaltige, wie auch immer, Umwelt haben. Aber das sind wahrscheinlich Debatten, die über den Rahmen jetzt vielleicht hinausgehen. Aber nochmal zu der Lebensmittelgeschichte, also das mit der Agrarsubvention, das ist ja nicht in allen Ländern gleich. Ich meine, in Frankreich sind die Lebensmittel schon etwas teurer wie bei uns in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das in osteuropäischen oder in anderen Ländern ist, kann ich schlecht beurteilen. Ob so in der Relation jetzt wieder in England ist es ja teilweise fast noch billiger wie bei uns. Und die Lebensmittel haben auch nicht gerade unbedingt die Qualität. Also ich denke, das ist sehr differenziert zu betrachten, das Ganze. Also ich glaube, Deutschland ist berüchtigt, auch auf der europäischen Ebene, dass deutsche Verbraucherinnen wenig Geld für Essen ausgeben wollen. Und das ist in Frankreich definitiv anders. Und zum Teil ist es auch, das haben Sie auch gesagt, es muss nicht immer der strikte Ökolandbau sein. Es gibt gerade in der Tierhaltung gar keinen so Riesenunterschied, wenn man Weidehaltung hat, zwischen konventionellem und Ökoanbau. Auch eine Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft würde schon einen Unterschied machen. Und das braucht aber einfach Verbraucher, die bereit sind, eben diesen Wert in gutem Essen zu erkennen. Und dann, also die berühmte, dumme Spruch, die Leute geben, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro von Weber Grill aus und dann kaufen sie das billigste Stück Schweinefleisch da drauf. Also das sind schon auch die Prioritäten, die wir Deutschen im Durchschnitt so haben. Und wir können jetzt als Wissenschaftlerinnen und anderen nicht vorschreiben, welche Werte sie haben. Aber ich kann zumindest sagen, also mit dieser Einstellung fahren wir die Landwirtschaft in Deutschland an die Wand. Da wird die Biodiversität weiter dramatisch abnehmen. Und irgendwann mal wirkt sich das auf die Erträge aus und dann kosten auch die ganz normalen, konventionellen Lebensmittel viel mehr. Ich würde gerne noch mal hinzu, sagen wir mal, die Bewertung sozusagen, was wir kaufen, wir uns leisten und wo wir sparen. Ein Wort ist noch nicht gefallen, es geht um unsere Lebensgrundlagen. Und wenn wir das nicht verstehen und nicht, das steht für mich unter diesem Titel, priorisieren. Also über manche Sachen sollten, die sollen wir einfach gesetzt halten und sagen, Klimawandel müssen wir bekämpfen und oder ja, also müssen wir was tun und nicht diskutieren, ja, ob und so weiter. Und auch bei der Biodiversität, da kann man nicht irgendwie rumdiskutieren und dann kann man nämlich von dort aus, da hat man Punkte, Ziele, um dann die restlichen wirtschaftlichen und ökologischen und vor allem auch sozialen Handlungen dann abzuschippen. Also das wollte ich nur sagen, es geht um unsere Lebensgrundlagen und es geht nicht um Wohlstand, sondern wir sollten künftig wirklich auf Lebensqualität achten. Das ist etwas, was der Risikoforscher Ordwin Renn, der Präsident vom IASS in Potsdam, gesagt hat. So, jetzt würde ich Ihnen, Sie stehen so lange. Ich möchte nochmal eher in die Zukunft schauen und eine Frage stellen. Ich meine, dass die Situation im Agrarsektor, die Biodiversität und im Klimawandel, das ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt und auch Lösungen sind eigentlich bekannt, die, die Sie jetzt hier vorgestellt haben und sind gut begründet. Und trotzdem klappt es nicht. Die Frage, was müsste denn geschehen, damit wirklich eine Agrarwende und eine Ernährungswende auch praktisch umgesetzt werden kann. Ich denke, es geht ja um diese konkreten Schritte zu bejammern, dass es nicht funktioniert und dass man es eigentlich anders machen müsste und dass man jetzt praktisch auf Kosten der Zukunft lebt. Das ist alles bekannt, aber was sollte man jetzt tatsächlich tun, damit auch dann diese Wende praktisch umsetzbar ist? In erster Linie wirken Steuerungsmechanismen auf die Unternehmen, auf die Entscheidungsträger, wie zum Beispiel die Landwirte. Die Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, warum sie intensivieren, warum sie Spritzmittel einsetzen, warum sie Mais anbauen und weniger Leguminosen und so weiter. Und diese Rahmenbedingungen, die kann man steuern, die kann man politisch steuern, die kann man auch über Märkte steuern. Und da brauchen wir, glaube ich, einen Mix aus marktwirtschaftlichen und aus politischen Steuerungsmechanismen, die helfen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Entscheidungen, die wirtschaftlichen Entscheidungen, die individuellen Entscheidungen, dann so getroffen werden, dass sie im Einklang mit der Zielsetzung der Gesellschaft sind. und daran hängt es. Und da fehlt mir beispielsweise ganz konkret, habe ich da im letzten Wahlkampf auch sehr darauf geachtet oder mal hingehört, was die FDP uns eigentlich zu sagen hat, die ja immer sagen, wir brauchen Marktmechanismen. Wir müssen die Entscheidungsträger ja irgendwie den Raum lassen, damit sie als Unternehmer entscheiden können. Da bin ich völlig dabei. Aber wenn ich natürlich dabei alle Gemeinwohlprinzipien, wie Sie das ja vorhin sagten, wir müssen dieses Einpreisen als Mechanismen mit hinzunehmen, da fehlt es doch an Ideen und läuft dann häufig auf eine Verschärfung der Gesetzgebung hinaus. Und das kann es nicht sein. Also ich meine, Sie nannten vorhin das Bienenschutzgesetz und wenn man das aus Sicht der Landwirte anschaut, dass diese gesetzlichen Rahmenbedingungen immer weiter verschärft werden, dann kann das keine Lösung sein, weil das die Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu den Nachbarländern deutlich verschlechtert, weil das Entscheidungsmöglichkeiten, die unter Umständen auch rational und im Einklang sind mit den Naturschutzzielen, denen unter Umständen entgegenläuft. Also da können wir, glaube ich, deutlich besser werden, vielleicht auch an der Politikberatung, aber auch als Bürger beim Nachfragen bei den politischen Entscheidungsträgern. Da ist noch viel Luft nach oben und da bin ich auch mit vielen politischen Entscheidungsträgern nicht zufrieden, die sich das da ein bisschen einfach machen. Ich würde noch eine Gruppe an Personen dazu nehmen. Also letztlich, wir als Konsumentinnen machen da schon einen Unterschied. Also nicht umsonst, läuft zumindest jetzt in jedem Sender rauf und runter, Werbung für vegane Ernährung. Da hat eben zumindest die Lebensmittelindustrie hingehört bei ihrer Marktforschung und mitbekommen, dass es dann einen Umschwung in der Bevölkerung gibt und dass es eine größere Nachfrage nach veganer Ernährung gibt mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weil das nämlich de facto für die Fleischindustrie gerade ein sehr geschickter Weg ist, ihre Marktanteile zu behalten für genauso hoch prozessverarbeitete Produkte, die dann eben den Stempel vegan haben und dann eben, was sich wirklich jetzt erschüttert hat, in Hessen die Tomaten vernichtet werden, weil die Leute verlernt haben, mit den Originalprodukten von der Landwirtschaft zu arbeiten. Wir holen die hochverarbeiteten Convenience-Produkte, die natürlich viel teurer sind, da wird das Portemonnaie schnell leer, anstatt einen großen Topf Kartoffeln zu kochen. Und da können wir als Verbraucherinnen schon einen Unterschied in unserem Einkaufsverhalten machen. Und einer der Gründe, warum ich vermute, dass der Ruckwit gerade so Rückenwind hat und der Tim Özdemir nicht vorankommt, ist einfach diese Sorge, die jetzt gerade durchs Land schwappt, zum Teil berechtigt, zum Teil eben auch vielleicht einfach nur eine Angst, die nicht wirklich substanziell ist und dann eben die Nachfrage nach Ökoprodukten sich so reduziert, dass die im Prinzip in dem ganzen Bereich, auch wenn sie sich für mehr Ökolandwirtschaft einsetzen würden, die Füße stillhalten müssen, weil in der geradigen gesellschaftlichen Situation das schwierig umzusetzen ist. Ich muss jetzt das doch noch erklären mit dem Cem Özdemir und dem einen Ja, weil das ist eine sehr besondere politische Situation, in der wir im Moment sind. Denn wir haben die agrarpolitische Steuerung, Förderung läuft ja alles über Brüssel und läuft immer in sieben Jahresperioden. Und wir sind genau an dem Punkt, wo im nächsten Jahr die neuen sieben Jahre losgehen müssen, mit einem gesamten riesengroßen rechtlichen Regelwerk. Wir hatten extreme Verzögerungen in der Erarbeitung der deutschen Pläne, der heißt der nationale Strategieplan für die Landwirtschaft, hatten wir Verzögerungen in Deutschland, uns darauf zu einigen, die Abstimmung zwischen den Bundesländern und dem Bund aufgrund der Bundestagswahl im letzten September. Da hat die alte Regierung noch versucht, relativ viel durchzukriegen an Entscheidungsprozessen, an Diskussionsprozessen, um dieses Regelwerk, wie wollen wir unsere Agrarpolitik für die nächste Förderperiode ausgestalten, hinzukriegen. Dann kam die Bundestagswahl. Wir wissen alle, das hat sehr lange gedauert, bis die sich dann gefunden haben, die Diskussionen angefangen haben und so weiter. Wir waren spät, diesen Plan einzureichen. Der hätte eigentlich am 31.12. eingereicht, der wurde dann im Februar erst eingereicht. Die Prozesse haben sich verzögert. In Brüssel wurden die geprüft, die haben sich beeilt, die sind schnell zurückgekommen, im Mai, Juni oder so, kam dann die Rückmeldung aus Brüssel, Leute, hier müsst ihr noch die und die Hausaufgaben machen. Und dann ist die Zeit einfach dermaßen knapp geworden, in diesem politischen Einigungsprozess und man hatte gesagt, wir machen das partizipativ mit den Bundesländern und entscheiden nicht zentral von Brüssel aus, wollen die Länder nicht übergehen, sondern wollen die unterschiedlichen Meinungen wieder einholen und in den Ländern ist natürlich auch nicht nur eine einheitliche Meinung, sondern da muss dann auch wieder ein Konsens gefunden werden. Die Zeit lief und es war jetzt einfach, nach der Ernte, dringend notwendig, dass die Landwirte eine klare Aussage haben, welche Anforderungen sie im nächsten Jahr erfüllen müssen, damit die Fördergelder wieder gezahlt werden. Und um diese rechtliche Lücke zu schließen, hat man gesagt, wir kriegen das jetzt nicht für sieben Jahre das Programm übers Knie gebrochen, damit wir auf jeden Fall im September zusagen können, den Landwirten, wie es ab Januar weitergeht, wo ich sagen muss, dann lieber auch in Ruhe die Sache für die nächsten sieben Jahre nochmal durchdacht und diskutiert und weil die Landwirte in die Bestellung gehen mussten nach der Ernte, jetzt im September, lieber für ein Jahr verlängert, nochmal so, wie es in der Vergangenheit war, weil dann, würde ich sagen, spielt ein Jahr mehr weniger Rolle, als dass wir lieber hinterher einen vernünftigen Plan haben, als dass wir jetzt für die sieben Jahre das übers Knie brechen und das alles nur Murks ist. Das war meine persönliche Meinung. Das muss ich ein bisschen dem Cem Özdemir in Schutz nehmen. Das war eine pragmatische Entscheidung aus meiner Sicht. Also, dass wir einen Plan haben, dass wir die richtigen Regeln haben und dazu würde ich zum Beispiel sagen, dass wir nicht so viel Raps auf den Feldern brauchen, der dann im Tank landet. Also, wie viel Fläche haben wir für Tank und für die Drog? Also, wenn wir dann die Fleischproduktion zumindest in der Intensivtierhaltung reduzieren, dann würden wir schon eine ganze Menge schaffen. Also, der Raps ist in der Fruchtfolge erstmal gut. Wer sind wir froh, dass wir den Raps da drin haben? Ich denke, außer aus einigen Artenschutzgründen ist das gut, dass wir den Raps da drin haben in der Fruchtfolge und ja, bei der Teller- und Tankdiskussion, da ist noch viel Luft noch drin. Gut, jetzt würde ich gerne den Herrn am Mikrofon. Hanfried Wörner ist mein Name. Hanfried Wörner ist mein Name. Es bestehen Erkenntnisse und es bestehen ja bereits Pläne und kann es sein, dass die Beratung gegenüber dem Lobbyismus einfach nicht ausreicht oder nicht stark genug ist? Ich kenne ein anderes Beispiel. Also, wir haben eine industrielle Nahrungsfertigung seit ungefähr den 70er Jahren und mit dieser industriellen Nahrungsfertigung ging eine enorme Gewichtszunahme der Bevölkerung einher. Und es gibt Ernährungs- oder Diabetes-Gesellschaften, die sich darum bemühen, den Zuckergehalt in den Nahrungsmitteln zu reduzieren und sind damit leider bisher auch nicht allzu erfolgreich. Es sollte ein Ampelsystem eingeführt werden, das ist von der Bundesregierung, glaube ich, abgelehnt worden, sodass sich das nicht durchsetzen konnte. Man muss vielleicht den Lobbyismus etwas mehr unter Kontrolle halten, um dort erfolgreiche Schritte vollziehen zu können. Danke. Ich würde da gerne ergänzen, eigentlich alles das, was gesund ist, ist auch für Klima und Biodiversität gesund. Sie hatten das Mikrofon schon in der Hand, halten Sie sich bitte nicht zurück. Der einzig positive Aspekt ist, dass tatsächlich bei der letzten Bundestagswahl das Landwirtschaftsministerium in neuen Händen ist und dass das Potenzial für deutliche Verbesserungen hat. Vorher gab es eben wirklich festgefressene Konflikte zwischen Landwirtschaft und Naturschutz und jetzt haben die beiden Häuser eine Hauspartnerschaft gebildet und das, was ich da beobachte, bei aller Schwierigkeit, die Sie zum Glück sehr gut dargestellt haben, ist, dass da ein Potenzial für eine ganz neue Zusammenarbeit entsteht und vieles in die richtige Richtung geht, was ich aus meiner Perspektive beobachte. Nicht schnell genug, klar, aber das sind aber auch jetzt gerade ganz besondere Rahmenbedingungen, denen wir unterworfen sind. Ja, sagen Sie Ihren Namen. Ja, Silke Bacher. Und zwar finde ich das interessant, direkt ins Mikrofon. Finde ich das interessant, dass der Herr gerade von Lobbyismus gesprochen hat, weil ich das auch eben gerade sagen wollte, vielleicht ist auch eine Idee noch dazu, Mitglied bei Lobby Control zu werden. Ich habe es auch die ganze Zeit schon vor und habe es nicht gemacht, aber ich denke manchmal, wenn diese Organisation genau wie andere oder wie der ADAC, der 20 Millionen Mitglieder hat, war mir früher auch nicht so bewusst, aber einfach mehr Mitglieder hat, dann kann er auch noch mal ganz anders auftreten. Ja, von der Stimmenanzahl her auch. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, weil es auch um Subventionen ging, um Schwarm for Future zum Beispiel. Da haben wir ganz hervorragende, also so Webinare mitgemacht. Da werden Abgeordnete gefragt, also drei Fragen, da kann man hinschreiben. Da gibt es auch regelmäßig, also verschiedene Veranstaltungen. Es war wirklich sehr gut gemacht. Kann man hinschreiben und fragen, was verstehen Sie unter umweltschädlichen Subventionen? Welche möchten Sie als erste abbauen? Und wofür wollen Sie dann die frei werdenden Gelder verwenden? Ja, also ich bin auch Mitglied bei Psychologists for Future. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man sich zeigt, dass man mitarbeitet in der Organisation, weil das wusste ich auch ganz lange nicht. Ich habe auch in den 80er Jahren schon vom Club of Rome gelesen, hat ja irgendwie niemand ernst genommen. Und ich habe auch immer gedacht, wenn ich individuell irgendwie Plastiktüten wasche und die wiederverwende, dann rettet das die Welt so ungefähr. Und jetzt ist mir erst klar geworden, der Unterschied zwischen diesem individuellen Fußabdruck von der fossilen Industrie und dem Handabdruck. Also ganz wichtig halt sich zu zeigen, jetzt ist ja auch Friday for Future Demo am 23. September, aber halt hingehen und aktiv werden, weil ich glaube, das wissen auch viele Menschen nicht. Das ist immer wieder das, was uns auch auffällt, so, ja, wenn man aktiv ist, sondern wirklich Druck machen. Ja, Druck machen, weil nur dann wird die Politik was machen, weil die haben massive Lobbyisten da, deswegen braucht es auch eine andere Lobby dagegen, ja, weil die haben auch den Kopf voll und viel zu tun. Und klar, dann gibt es verschiedene Interessen und dann kommen die nicht in die Gänge und das ist einfach wichtig. Und es kann auch Spaß machen und Sinn machen, wollte ich nur noch mal sagen. Also in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal eine Bresche für die Brüsseler Köpfe, die im Hintergrund sich Gedanken machen, wie man was ändern und besser machen könnte. Und da gibt es auf jeden Fall für diese Agrar- und Ernährungswende ganz, ganz viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher, die auch in ihren Entwürfen vor, ja, vor zwei Jahren sich sehr viele Gedanken gemacht haben und wirklich an diesem Lobby dann auch, der aufgrund der Länder, der Mitgliedstaaten dann da durchgedrückt wurde, wirklich ein Programm abgeschwächt uns jetzt vorliegt, was überhaupt nicht zufriedenstellen sein kann. Also insofern kann ich Ihnen dann nur zustimmen, rausgehen, Krach machen und sich einsetzen dafür, dass, ja, die vernünftigen Lösungen, die da sind, vielleicht eine Chance kriegen. Oder auch Dinge, die schief laufen, offenlegen. Transparenz ist immer auch noch ein gutes Mittel gegen Missbräuche aller Art. Also es gibt die Organisation Transparency International, also gegen Korruption, aber es gibt natürlich auch Lobby-Control und andere. Also ich glaube, da sehe ich schon auch und auch natürlich in den Bürgerbewegungen ein hohes Potenzial. Christina Keim hat ein, zwei Fragen und dann würde ich alsbald auch noch mal einen anderen Fokus einnehmen wollen, nachdem wir jetzt bei der Agrarpolitik waren. Also von Klaus Minn keine Frage, sondern eher ein Statement. Braucht es nicht mehr Offenheit und Verständnis füreinander, wenn man eine Änderung in der Landwirtschaft erreichen will? Beide Seiten werfen sich zu viel Ideologie und Verbleib in der Blase vor. Vielleicht auch da eine positive Entwicklung. Letztes Jahr hat ja die Zukunftskommission Landwirtschaft einen gemeinsamen Bericht herausgegeben und die haben das tatsächlich geschafft, in dem Prozess von etwa einem halben Jahr aus den vollkommen verfahrenen, polarisierten Lagern ein gemeinsames Papier zu schreiben. Da waren zwei junge Frauen, richtungsgebend, die eben gemeinsam eine Zukunftsvision für eine naturfreundliche Landwirtschaft entworfen haben und dann haben die ganzen Verbände von dem Naturschutz bis zu den Bauernverbänden mit eingeschwenkt und dieses Papier, das ist etwa im Juli letzten Jahres veröffentlicht worden, war das erste gemeinsame Papier, das dann auch immer noch Bestand hat, natürlich trotz dieser ganzen komplexen Rahmenbedingungen, die es gibt. Also es gibt auch Bewegungen aufeinander zu. Sie haben besprochen Biodiversität als Einziehung, wie ein Output, ein Objektiv. Haben Sie nicht gedacht, das Ding zu betrachten als ein Input in der Landwirtschaft? Weil es wird behauptet, dass wenn man eine Landwirtschaft entwirft mit der Natur, die Biodiversität als ein wesentlicher Input in die Landwirtschaft, man kriegt hohe Rendite pro Hektar als die herkömmliche Landwirtschaft und auch hohe Rendite als die Öko, die konventionelle herkömmliche Öko-Landwirtschaft. Und wenn das der Fall wäre, das hat verschiedene, und es ist in der Praxis bewiesen in verschiedenen Fällen, dann man hat eine Vielfalt von Vorteilen. Der erste Vorteil, weil man hat mehr Produktion, mehr Nährungsmittel pro Hektar, man hat dann mehr Hektar übrig für die Regenwälder. Die werden nicht so viele Regenwälder abgeholzt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen deswegen nicht alle Veganer werden, weil es gibt dann mehr Ackerfelder zur Verfügung für die Bindung von Kohle. In Brügens diese Methodik natürlich bindet ganz viel Kohle in der Erde. Das Biodiversitätsproblem ist, ich nehme an, mindestens gelindert, weil es ist ein Input in der Landwirtschaft. das Wasserproblem ist auch gelöst, wenn man das wirklich gut macht, man spart viel Wasser. Diese Technik kann benutzt werden, um die Würste in der Welt zu begrünen. Das ist auch teilweise bewiesen in der Praxis. Ich glaube, ich habe eine lange Liste von Pluspunkten. Ich rede natürlich über Permakultur. Permakultur. und es ist überhaupt abwesend in Deutschland, insbesondere abwesend total von niemand kennt, was es ist. Aber in Australien macht es viel Prozess. In Frankreich haben wir verschiedene Permakultur Bauernhofer, die machen Prozess, aber in Deutschland ist es eine Wurst für Permakultur. Alle beide. also wenn es so einfach wäre, dann würden die Landwirte das machen, denke ich. Ich glaube, das hat natürlich mit Know-how zu tun. Ich brauche sehr viel Know-how, was ich im Moment nicht habe und soweit ich die Permakultur einschätzen kann, habe ich auch einen deutlich höheren Arbeitskraft bedarf. Sie sind nicht verstehbar für die Leute im Netz. Frau von Münchhausen, könnten Sie mal bitte kurz Permakultur erklären? Also ich bin keine Expertin für Permakultur, aber es geht im Grunde darum, dass man mit einer sehr humusreichen und einer sehr vielfältigen Kombination von Pflanzen versucht, Lebensmittel oder Lebensmittel herstellt, die sehr naturennah sind und die Kreislaufwirtschaft auf lokaler Ebene anwenden, also mit viel Kompost und mit viel Dachbegrünung und so weiter. Man versucht vor allem die Effekte zwischen gemischten Kulturen gleichzeitig aber auch in der Fruchtfolge zu berücksichtigen. Ist das so richtig ungefähr? Ungefähr kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Es wird vor allem im Gemüsebau angewendet und es ist sehr Know-how intensiv, dass man nicht keine geringeren Erträge hätte und es ist arbeitsintensiv. Und die Systeme, die wir bei uns haben und ich meine Landwirte treffen jeden Tag Entscheidungen, wie sie produzieren, so oder so und das sind rationale Entscheidungen, meistens jedenfalls und sehr viele Entscheidungen haben mit dem Risiko zu tun. Wenn sie Spritzmittel nicht einsetzen, sondern versuchen, dass naturverträglich und auf Schnützlinge warten und so weiter, dann kann das gut gehen und man kann unter Umständen, so wie sie skizziert haben, Kosten einsparen und die gleichen Erträge haben. Man kann aber auch bei einer ungünstigen Witterung das Risiko haben, dass man wirklich sehr hohe Verluste hat. Und in dem Moment, in dem man entscheidet, spritze ich jetzt oder spritze ich nicht, muss man eine Risiko Entscheidung treffen und das ist ein Element, was sehr häufig, wenn wir von draußen reinschauen Spritzmittel beispielsweise, dass sie deshalb das einsetzen. Ich versuche nur zu erklären, wie der Prozess ist, ich rechtfertige das nicht. Aber das Verfahren ist relativ einfach und relativ sicher in der Vergangenheit gewesen. Die Landwirte wissen jetzt auch sehr viele, dass sich das zukünftig ändern wird und dass sich auch deshalb etwas ändern muss, weil die Spritzmittel nicht mehr zur Verfügung stehen, weil es Resistenzenzen immer mehr gibt. Also es hat sich das Wissen auch durchgesetzt, dass es so nicht weitergehen kann. Trotzdem gab es jetzt diesen Rollback, der eigentlich irrational ist, der mich persönlich auch ein bisschen verzweifeln lässt, weil ich dachte, wir sind eigentlich schon an einem Punkt, wo wir in Richtung diverse Fruchtfolgen gehen können, reduzierter Pflanzenschutz Mitteleinsatz, reduzierter Dünge Mitteleinsatz und jetzt ist diese rückwärtsgerichtete Erzeugung. Ich würde gerne, also es ist ganz spannend und ich glaube, wir könnten über Landwirtschaftspolitik und Praxis noch drei Abende machen, aber ich möchte noch mal einen Neuansatz gehen, dass wir wirklich die Veranstaltung heißt Biodiversität verstehen und priorisieren. Wir haben irgendwie das auch benannt im Groben, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das wirklich verstehen. Also, ich muss ich doch die Brille, das ist mein Leid, verstehen wir eigentlich richtig, sag ich mal, Flora, Fauna und wo ist der Mensch dann? Also der Mensch mittendrin, der Mensch gegenüber und brauchen wir vielleicht ein ganz anderes Denken? Wir sind in einem Denken, die Dinge sind uns gegenüber und wir sehen gar nicht, dass wir Teil der Natur, der Schöpfung oder wie auch immer man das denkt. Frau Böning-Gese, was sagen Sie, brauchen wir ein anderes Denken, um überhaupt dann auch zu anderen Lösungen oder dann auch zu anderen Verhaltensweisen zu kommen? Ich denke, das ist eine wichtige Komponente. Also wir haben in Deutschland, vielleicht in Mitteleuropa insgesamt diese Tradition, dass wir einmal sozusagen Natur einfach nutzen, gedankenlos zum Teil einfach auch ausbeuten, vielleicht auch aus ökonomischen Rahmenbedingungen, aber wir haben auf der anderen Seite auch so einen sehr romantischen Ansatz an Naturschutzgebiete und dass da keine Menschen rein dürfen und dass da entweder ein echter oder ein gedachter Zaun drumrum ist und dass die Natur empfindlich ist und dass der jegliche Tätigkeit des Menschen auch böse und schlecht ist für die Natur. Und was wir eben entwickeln sollten, ist diese Frage, also ich würde das mit der Gegenüber der Natur als schönes Bild sehen, dass wir einmal natürlich Teil der Natur sind, wir sind im Lauf der Evolution aus der Natur entstanden, wir sind mit der Natur immer noch auf Millionen Arten verknüpft und verbunden und die Natur als Gegenüber zu sehen, wäre der Ansatz und in gewisser Weise vielleicht auch das, was Sie machen, dieses Gärtnern, die Kulturlandschaft, das ist was Besonderes, was wir in Europa haben, wo wir eigentlich eine uralte Tradition haben und das wieder zu entdecken und eben durchaus den Menschen als auch in seinem Handeln oder in ihrem Handeln als positiven Gestalter der Natur zu sehen, das würde uns, finde ich, gut tun. In der Theologie gibt es die Bewegung sozusagen, also Genesis 1, also sagen, der Mensch sozusagen macht euch die Erde untertan und die Exegeten sagen heute, seit einiger Zeit, naja, das ist nicht der Herrschaftsauftrag, sondern es ist ein Hüteauftrag und einen Mensch sollte man eher als Gärtner sehen. Ich glaube, die Fristigkeit, die Langfristigkeit der Auswirkung der Entscheidung, die ich heute treffe, dass morgen was passiert oder beziehungsweise nicht morgen, sondern erst in der näheren Zukunft, dass dieser unmittelbare Zusammenhang zwischen ich mache jetzt A und dann passiert B weder beim Klimawandel greift, noch bei der Biodiversität, weil wir diese Vielfältigkeit von Einflussfaktoren haben und dann dazwischen auch noch ein langer Zeitraum ist. Und das macht es, glaube ich, für die Menschen so schwierig, ein anderes Denken zu haben, weil wir in unseren täglichen Routinen leben und sagen, naja, ich mache jetzt heute so und mache morgen so und so, aber ich spüre ja nicht direkt, dass meine Entscheidung, die ich jetzt treffe beim Einkaufen, etwas darüber aussagt, ob die Feldlerche ausstirbt oder nicht, weil die stirbt langsam, über zehn Jahre aus und ich müsste eigentlich hergehen und wirklich immer meine Milch von einem ökologisch wirtschaftenden Betrieb oder von einem der Lärchenfenster anlegt und hätte das am liebsten auf der Packung auch noch drauf, damit ich jetzt entscheiden kann, damit die Lärche im nächsten Frühjahr brütet und auch in zehn Jahren noch da ist. Und da sind so viele Schritte dazwischen und da sind noch so viele Einflussfaktoren, die jetzt bei der Lärche noch relativ einfach sind, die ja bei Pflanzen wahnsinnig kompliziert sind oder auch bei anderen Tierarten, also bei der Biodiversität, dass wir über schlaue Steuerungsmechanismen, die diese Verknüpfung schaffen zwischen ich entscheide mich heute für A und meine Entscheidung geht in die richtige Richtung, damit wir nicht diesen extremen Artenschwund auch noch wirklich in zehn Jahren zu spüren haben und da müssen wir schlauer werden und wir müssen schneller schlauer werden. Ich würde gerne darauf antworten, aber zuerst lasse ich den Herrn am Mikrofon ran. Ja, nochmals vielen Dank. Darf ich nur mal zwei Sätze zur Permakultur sagen. Es gibt natürlich ja in Frankfurt kleine Projekte von den sogenannten Gemüseheldinnen, Gemüsehelden, die über Frankfurt dort halt zwei, drei Projekte haben, wo sie daran arbeiten. Einer davon ist oben im Gündersburgpark und jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Naja, das ist sehr gut, das ist erlaubt. Danke. Ich bin bei der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt und wir machen einmal im Monat eine Radiosendung bei Radio X am vierten Freitag immer auf 16, 17 Uhr und unsere Juni, jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir September, August, Juni-Sendung ging genau um dieses Thema Permakultur. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal nach auf der Internetseite, da geht es so rund 40, 45 Minuten genau um das Thema. Aber deshalb hatte ich mich nicht angestellt. Ich wollte jetzt auch noch mal auf den Titel zurückkommen, das Thema Arten, Schwund, Biodiversität etc. Man kennt ja das Argument im Hinblick auf den Klimawandel. Naja, Klimawandel hat es schon immer gegeben. Wenn ich dann höre, dass wir sechste Artenstaaten vor der Auge haben, dann kommt mir auch immer der Gedanke, ja, was wird denn passieren, wenn das passiert? Ich meine, die Welt ist deshalb nicht abgestürzt oder das Licht ausgegangen oder ich meine, ich erwarte jetzt nicht von Ihnen, dass Sie mir da ein Bild an die Wand werfen, welche Lebewesen es dann geben wird. Aber können Sie das so grob skizzieren, was da in der Wissenschaft, was weiß ich, angegangen, gedacht, untersucht, geforscht wird? Danke. Wir können das ganz schlecht vorhersagen, weil die Biodiversität so ein komplexes System ist, dass wir nicht wissen, wie viel wir da an Individuen und Arten rauszippeln können aus diesem Netz, das uns in gewisser Weise trägt, bevor das Netz reißt. Und selbst die besten Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, die kommen allesamt zu der Aussage, wir werden es wahrscheinlich erst merken, wenn es zu spät ist. Also es gibt in der Biodiversität möglicherweise nicht diese, also einfach zu berechnenden Kipppunkte, die jetzt die Klimaforscherinnen für das Klima schon einigermaßen vorhersagen können. Wir können sagen, dass es eher kontinuierlich den Bach sozusagen runtergeht, indem wir gar nicht so eine lange Situation haben, wo es erst mal gut geht und dann zusammenbricht, sondern dass wir kontinuierlich und schleichend Arten und Individuen verlieren und wann dann wirklich Systeme zusammenbrechen, können wir nicht vorhersagen. Das Einzige, was man sagen kann, also wenn man es auf den Punkt bringen möchte, die Natur braucht den Menschen nicht, also vorher wird der Mensch aussterben, bevor die Biodiversität komplett verschwinden wird. Ich habe ja vorhin von Risiken gesprochen und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei der Biodiversität, dass wenn die zu stark schrumpft, die Risiken einfach extrem groß werden, dass wenn bestimmte Pflanzen plötzlich nicht mehr gedeihen, weil Krankheiten sich ausbreiten, wir die Vielfalt der Nützlinge nicht mehr haben, die Vielfalt der Naturpflanzen nicht haben, die wir dann da einzüchten könnten. Wir nehmen uns einfach Spielraum der Anpassungsfähigkeit und ich glaube, das ist, wenn es um die Lebensmittelerzeugung geht, ein Risiko, was wir nicht einschätzen können, was wir uns aber grob vorstellen können, denn wir wissen aus der Erfahrung der Vergangenheit, dass Nutzpflanzen und das Zusammenleben mit den Bestäubern beispielsweise sich aufgrund dieser Vielfalt und aus der Auswahlmöglichkeit aus der Vielfalt entwickelt hat. Und der Umkehrschluss ist natürlich dann ganz einfach, wenn das extrem wenig wird, haben wir viel weniger, um dann und wenn es auch über Gentechnik oder ob es über traditionelle Zuchtmethoden ist oder auch neue Kulturpflanzen, die reinkommen, die stärker angebaut werden, sowas wie Exoten, wie Amaranth jetzt beispielsweise, Hirse wieder angebaut wird, da gab es in der Vergangenheit unglaublich viele Sorten und wenn wir denken, mit dem Klimawandel brauchen wir solche Nischen eigentlich wieder viel mehr, weil sie in dem Klimawandel viel besser da sind, dann wäre das doch ein riesiges Risiko, wenn wir davon nur noch zwei, drei Arten übrig haben, anstatt wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum. Und von dem Hintergrund, abgesehen davon, dass es mir schmerzt, wenn ich sehe, dass irgendwelche Wildtiere ausstecken, auch vor diesem Risikogedanken wird mir richtig bange. Und da würde ich gerne ergänzen, diese Risikoperspektive, die wir nicht nur in Sachen Biodiversität nicht immer drauf haben. Also diese ganzen Systemrisiken, Finanzsystemrisiken und andere Systemrisiken unterschätzen wir notorisch. Auch da ist wieder Ordwin Renn mit seinem Buch das Risikoparadox, wir fürchten uns vor dem Falschen, aber die Systemrisiken, die sollten wir wirklich fürchten und frühzeitig etwas dagegen tun. Und es gibt ja in der Geschichte bestimmte Beispiele und da kann die Frau Böning-Gese bestimmt auch noch was ergänzen. Was passiert eigentlich, wenn man eine Monokultur hat und diese Monokultur befallen wird? Und da ist das Großbeispiel eben Irland mit dem Mehltau oder falscher Mehltau und wo dann über Jahre hinweg Hungersnöte herrschten, die ihren nach überall auswanderten, besonders nach Amerika. Könnten Sie da noch weitere Beispiele nennen, Frau Böning-Gese? Also dass das einfach deutlich wird, das ist hier nicht nur ein Schönreden, sondern das ist knallharte Risikovorsorge. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, auch direkt merkt man es als in der Forstwirtschaft. In den 50er Jahren hat man auf den Brotbaum die Fichte gesetzt und jetzt unter dem Klimawandel sind Fichtenmonokulturen in Deutschland von der Fläche abgestorben. Das waren die Zahlen, die ich habe, sind die trockenen Sommer 2018, 19 und 20 in der Gesamtfläche vom Saarland. Das ist einfach toter Wald. Das ist ein riesen ökonomischer Verlust und natürlich erstmal ein verlorener Lebensraum. Man hat diese Brände im Harz gesehen, wo jetzt auch noch diese trockenen Bestände angefangen haben zu brennen. Da hat man genau diese Politik gehabt. Man dachte, Fichte, Brotbaum wächst gerade, wächst schnell, schneller ökonomischer Gewinn. Und jetzt wissen zum Teil die, also vor allen Dingen jetzt Waldbesitzer, die jetzt nicht die riesen Ressourcen haben. Die haben doch nicht mal mehr die Mittel des Totholz aus dem Wald rauszuholen. Wo ich es eben mit eigenen Augen ganz dramatisch gesehen habe, in Ostafrika, wo dann eben an steilen Berghängen Landwirtschaft betrieben wurde. Und nach relativ wenigen Jahren sind einfach die Böden weggewaschen gewesen. Und da steht einfach der pure Fels an. Da kann kein Mensch mehr Landwirtschaft machen. Und wenn man da in die Berge hoch unterwegs ist, das sind die Usambara Mountains, da gibt es ein paar kleine Waldschutzgebiete, da sitzen die Menschen am Straßenrand und machen in Handarbeit Straßenschotter, um überhaupt ein bisschen ein Einkommen zu haben. Die sitzen da und schlagen mit der Hand Steine auseinander und füllen das in Säcke. Also so ein trauriges Leben eben als Folge des Biodiversitätsverlusts und des Verlusts der Wälder kann man sich gar nicht vorstellen. Und also was schon auch eine gruselige Sache ist, wir gehen halt zum Kühlschrank und machen den auf und da ist was drin und wir gehen ins Lebensmittelgeschäft und wenn jetzt der Kaffee nicht aus Äthiopien kommt, dann kommt er halt aus Brasilien. Wir merken diese ganzen Zusammenbrüche der Produktionssysteme erstmal überhaupt nicht und wir haben jetzt gesehen, wie Pakistan unter Wasser steht, aufgrund des Klimawandels die reichen Länder im globalen Norden verursacht haben, wir schieben schon die Last ganz massiv auf die Menschen auf der Erde, die sowieso wirklich an der Grenze sind und die Folgen sind natürlich weiter globale Spannungen, das sind Migrationsbewegungen, wir haben jetzt schon mehr Umweltflüchtlinge als Wirtschaftsflüchtlinge, also das ist das, wo ich mir die meisten Sorgen machen über diese Ungleichheit auf der Erde. Berechtigt und wir haben ja eigentlich eine fast dazupassende Ausstellung, die eben über Brasilien und den Amazonas und der Wald brennt immer noch und also da kann man auch nochmal durchgehen und wir haben noch ein paar Minuten, Herr Hansen, Sie könnten nochmal ans Mikrofon gehen und dann habe ich nochmal eine weitere Perspektive, die ich aufmachen würde. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir diese ganzen Katastrophenszenarien, die auf uns zukommen, dass wir die durchdenken, dass wir uns die klar machen, aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, denn die meisten Leute verdrängen das einfach und deswegen muss man zurückkommen zu der Konsumentenfrage, wie Sie es auch vorhin erklärt haben, Frau Mönchhausen, wie entscheidet der Verbraucher, der vorm Regal steht, ob er jetzt das Ökoprodukt oder das andere Produkt nimmt und wir müssen entscheiden in dem Zusammenhang, wie wir die Kosten und die Subventionen lenken. Als erstes muss dieses ewig leidige Problem mit der Agrarsubvention bezogen auf die Fläche völlig geändert werden, das geht einfach nicht. Und zweitens, es muss den Konsumenten vermittelt werden, anstatt, oder sagen wir mal, er mit mehr Priorität gegenüber diesen Katastrophenszenarien, es muss ihm vermittelt werden, dass er doch so gut leben kann, wenn er bessere und naturverträglichere Produkte kauft und daraus seine Mahlzeiten generiert. Und das ist offenbar verdammt schwer. Aber die Katastrophenszenarien zu erläutern hintereinander, das ist immer relativ einfach. Das ist kein Vorwurf jetzt, bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich meine, ich bin hier Mitglied beim BUND und auch in diesen Sachen engagiert. Aber wir müssen einfach, wenn wir in dem System bleiben wollen, in dem wir leben, in dem Wirtschaftssystem, dann müssen die Verbraucher dahin kommen, dass sie einsehen, dass sie da was falsch machen, wenn sie weiter die unökologischen und naturzerstörerischen Produkte kaufen und damit auch die naturzerstörerischen Wirtschaftsweisen unterstützen. Da muss irgendwie der Hebel reingekriegt werden, das ist meine Überzeugung. Also wenn Sie beim BUND sind, dann wissen Sie ja auch, dass wir eine Allianz gegründet haben mit den Ökolandbauverbänden, und mit den Naturschutzverbänden in Hessen aufgrund der dringenden Probleme, die wir haben, seit Anfang dieses Jahres, weil wir von Seiten des Ernährungsrates und mit den Ökoverbänden und mit den Naturschutzverbänden zusammen sagen, wir können nicht mit schlechten Nachrichten jetzt rausgehen und nur mit irgendwie Drama, sondern wir müssen mit geballten Kräften rausgehen an die Öffentlichkeit, an die Journalistinnen und an Journalisten, an die Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag einkaufen gehen und dann hoffentlich so zielgerichtet wie möglich an diejenigen, die sich das leisten können und die jetzt einfach nur aus fehlender Information weglaufen und die lokalen und resilienten Wertschöpfungsketten, die relativ weit im Einklang mit der Natur sind, zusammenbrechen lassen. Genau das versuchen wir jetzt, wir sind jetzt dran, suchen Geld, damit wir eine größere Kampagne zusammenstellen können, weil man muss sowas dann professionell aufsetzen und nur in dieser Gemeinschaft sehe ich irgendeine Chance, dass wir da weiterkommen und ja, ich versuche in meinem Ehrenamt das so gut wie möglich zu machen, ich freue mich um jeden, der dazu kommt und hilft, ob das an der Basis ist, mit den Permakulturinseln hier in Frankfurt Vorbild zu sein, in der Nachbarschaft zu zeigen, dass Permakultur geht, vor allem im Ehrenamt, wenn da viele Hände auch da sind, die dann auch noch Spaß da dran haben, auf politischer Ebene, aber wir müssen wirklich uns zusammentun und müssen aktiv werden, weil es zu wenig, weil zu wenig passiert und wir müssen intelligent aktiv werden, nicht mit Gejammer und mit großen Dramageschichten, sondern mit unserem geballten Know-how in solchen Runden wie hier in die Tiefe gehen, aber wir müssen auch rausgehen in einer oberflächlichen Art und Weisen und dazu brauchen wir professionelle Unterstützung und die Kernbotschaft, die wir ja jetzt hier alle diskutiert haben, nachhaltige Lebensmittel müssen nicht unbedingt teurer sein, wir müssen unbedingt unter Umständen mehr selber in der Küche dafür tun, dass wir eben nicht so teure Convenience-Produkte haben und die müssen so erzeugt sein, dass sie bio und regional oder nachhaltig und regional aus unseren Kreislauf und dann tun wir auch was für unsere regionale Wertschöpfung, für unser Grünland, die Schafe, die Sie vorhin erwähnt haben, die extensiv gehaltenen Rinder in unseren Mittelgebirgsregionen, genau das müssen wir machen und wer Zeit hat, wer ein bisschen Know-how hat, gerne helfen, melden Sie sich jederzeit, wir brauchen jeden. Bevor ich noch eine andere Perspektive einbringe, kann ich gerne nochmal was beisteuern, wir planen gerade für den 1. Oktober im Vordertaunus einen Klimakochkurs, wo man dann und der ist natürlich sehr von Slowfood inspiriert und Slowfood Idee ist regional, saisonal und nach Möglichkeit bio und wenn man gut kochen kann, dann greift man nicht mehr oder wenn man das mal gemacht hat, dann ist es geht um den guten Geschmack. Carlo Petrini, Mitgründer der Slowfood Bewegung hat gesagt, jeder Mensch hat Recht auf Genuss, aber kein Recht auf Überfluss und ich glaube, dass das uns fehlt und dass wir da einfach was machen müssen, dass es einfach Lebensfreude macht, dass es Spaß macht, gut zu kochen, selber zu kochen, regional, saisonal und ich glaube, da könnten noch andere solche Klimakochkurse machen und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine kleine Bewegung wird, dass man zeigt, wie es geht, denn ich weiß nicht, wer wirklich mal kochen gelernt hat und das Spaß macht. Nebenbei kommen dann auch Menschen zusammen, die sich noch, also das wäre etwas, was ich gerne auch nochmal weiter verbreiten wollte, aber ich lade jetzt nicht zu diesen gerade geplanten ein. Ich habe jetzt eine andere Frageperspektive noch, die ich nicht beiseite lassen möchte, und zwar braucht die Natur einen eigenen Rechtsstatus? Also einige lateinamerikanische Länder haben so etwas, also ich weiß von Bolivien und Ecuador glaube ich noch oder Peru, ich weiß es nicht genau, aber es gibt einige, die das haben und ich weiß, dass ein Verfassungsrechtler, den ich im nächsten Halbjahr einladen möchte, ich hoffe, der kommt, was? Genau, das sieht, also er hat, das Buch kommt raus, brauchen wir ein, müssen wir die Natur, die Naturrechte in unser Grundgesetz verankern? Was würde das für einen Unterschied machen? Sie sind da weiter drin. Ich kann da auch nur auf den Kollegen verweisen, also das Thema haben wir jetzt in der Leopolina aufgegriffen, mit dem Jens Kersten zusammen und einem anderen Kollegen, dem Helmut Trischler, der dieses Rachel Carlson Zentrum in München leitet, mit dem Herrn Mauch zusammen, das sind eben diese deutschen geisteswissenschaftlichen Bewegungen, um andere Vorstellungen von Natur zu diskutieren und auch in der Wissenschaft voranzubreiben, um dieses Thema voranzubringen. Einmal als natürlich intellektuelle Übung, wie kriegen wir diese Vorstellungen aus Ländern des globalen Südens, Ecuador, gibt es die Idee der Pachamama, der Natur als eine Rechtspersönlichkeit, die das Recht hat, erhalten zu bleiben und die natürlichen Zyklen durchlaufen zu können, wie man das in unsere Sprache übersetzt und wie man das in unsere Rechtstradition verankert. Aber jemand wie Jens Kersten sagt, das würde einen Riesenunterschied machen, wenn das bei uns im Grundgesetz als Rechtspersönlichkeit verankert würde. Das würde dazu führen, dass wir das Thema sehr viel ernster nehmen und ich halte es für einen sehr interessanten und sehr verfolgungswerten Ansatz. Ich habe schon im Sommer angefragt, da kam eine Sendung mit Ihnen im Radio und das müssen wir doch zusammen schaffen, oder? Dass wir ihn in Frankfurt kriegen, ob wir das hier machen oder im Senckenberg, aber den kriegen wir. Am 2. Oktober kommt wohl sein Buch raus und das wäre mir wichtig, vor allen Dingen, weil dann wir hatten, ich weiß nicht, 2018 hatten wir eine Finanzsystem- Tagung gehabt und da ging es um die Risikoberichte der EZB und auch das Finanz Finanz und da ging es um, welche Risiken bringt denn der Klimawandel für das Finanzsystem und da war ein Thema eben Rechtsrisiken, also ich kann klagen gegen bestimmte Praktiken und das haben wir in den letzten Jahren gesehen und zum Beispiel auch gerade hinsichtlich der Jugendlichen, die dann sagen und wo der Bundesgerichtshof dann gesagt hat, also so wie das Klimapäckchen jetzt aussieht, sind die Rechte der kommenden Generationen beschnitten, also die Freiheitsrechte, mit die ja mal gerne benannt werden und insofern müssen wir da weiter rangehen und wenn man dann das einklagen könnte gegen den gröbsten Missbrauch mindestens, dann käme ja schon mal ein Stück weiter. Was meinen Sie? Genau, also wir haben vorhin darüber diskutiert, dass das eingepreist werden soll und dass das Finanzsystem und Wirtschaftssystem das eigentlich abbilden sollte, das ist aber wirklich ein mühsamer Prozess, ein alternativer Ansatz wäre das Rechtssystem in der Art, was wahrscheinlich auch ein mühsamer Prozess ist, aber auch in der Art zu stärken, dass eben auch die nächste Generation ein Recht drauf haben muss, Feldlöchen zu erleben und Rebhühner zu erleben und dass das einen Wert darstellt, der uns Menschen wichtig ist und wenn da die Gerichte andere Entscheidungen fällen würden und wenn das in einer anderen Art im Grundgesetz verankert wäre, könnte das auch eine große Kraft entwickeln. Gut, und jetzt kommt eine Expertin auch noch mal zu Rechten in der Natur und wir haben uns kennengelernt am 1. Juli die politische Pflanze und da waren wir auf dem Wissenschaftsgarten der Uni von Campus Redberg. Du hast das Wort. Ja, nur, das ist sehr interessant und tatsächlich möchte ich etwas über die Rechte der Pflanzen in der Stadt Labor der Demokratie im Historischen Museum ausstellen, aber das kam eher von der Didaktik der Biologie. Ich arbeite mit dem Phänomen der Plant Awareness Disparity, dass wir die Pflanzen nicht betrachten und ich wollte in der Richtung etwas machen, aber ich wollte noch etwas sagen. Ich sehe viele, viele Experten hier für Nachhaltigkeit und wir machen ein interkulturelles Festival für Nachhaltigkeit und Perspektivenwechsel und sie sind alle eingeladen und zum Beispiel wenn ich wusste, dass die Tomaten verloren gehen, würden wir gerne da mitkochen weil wir sind gerade am Denken, was kochen wir für die Leute und deswegen ich habe hier einen Flyer, hier gibt es ein kleines Fehler, aber das ist interkulturell und dann wenn man so Ideen hat oder wenn jemand etwas ausstellen möchte, ja wir hätten auch Platz und weil ich denke zum Beispiel Frankfurt ist eine Stadt wo viele Kulturen zusammenleben, wir haben uns zum Beispiel überlegt, ich mache so peruanisches Essen aber wir machen so einen Kalender wo ich zum Beispiel wenn die Kürbisse da sind dann mache ich ein Gericht auf Peru in dieser Zeit wie könnten wir diese Interkulturalität zusammen bringen gehen, weil für uns ist es schwierig man geht zum Supermarkt und gibt eine Fülle von Gemüse und man eigentlich ist unlogisch dass man so Sachen findet zum Beispiel aus Peru die Blueberries ja in so große Menge die irgendwie hier verloren gehen weil und bei uns muss das Wasser von Amazon gehen um das zu gießen aber das sind so komplexe Sachen und man kann nicht über jedes Produkt nachdenken und ich denke dass wir sind auch ein bisschen müde davon immer unseren Kindern zu sagen nein wir kaufen das nicht weil irgendwie muss passieren dass man nicht zum Supermarkt geht und diese Produkte findet weil ständig kommt man in diese Rechtfertigung ja warum muss man oder warum sind diese Produkte so wirklich da ja und ja deswegen brauchen wir Ideen brauchen wir auch die Jugendlichen zu sagen ja ich denke diese ganze Werbung für Konsum ist so stark bei den Teenagers da muss man was dagegen machen muss man diese ganze Bio ein bisschen sexy machen ich kenne das ich habe mich immer gefragt warum diese Flyer von Naturprodukten mit Salz also Himalaya und Yoga und solche Sachen da habe ich auch keine Lust hier einzukaufen wissen Sie müssen Sie ein bisschen mehr regional und keine Ahnung auf jeden Fall Sie sind alle eingeladen und wir freuen uns auf Austausch auf Ideen ja und ich ich gebe danach diese Teile und ich hoffe dass sie auch kommen manche Eigenwerbung lasse ich gerne zu vor allem weil ich weiß dass ihr wirklich gute Sachen macht und wir haben es schon 20 Uhr da draußen wird es sicherlich ein paar Brezen und ein bisschen was zu trinken geben bleiben Sie hier und ich würde Frau Böning-Geser um ein Schlusswort bitten sozusagen was ist der Ausblick also morgen ist Samstag wir gehen auf den Markt und woran sollten wir denken in unserer Alltagspraxis dass wir diese Vielfalt der Arten sozusagen in unserem Herzen oder ich kann diesen Schmerz nachempfinden wenn ich dann durch den Taunus gehe und der eigentlich verödet oder so mein Bruder ist Landschaftsgärtner und der mit dem war ich vor 20 Jahren mal im Taunus und da hat er gesagt hier ist überhaupt nichts natürlich Natur gibt es gar nicht mehr also vielleicht im Heinig oder ja also klar das ist aber auch ein bisschen das romantische Bild der Natur weil nur Natur ohne Menschen ist wirklich was Besonderes und Schönes also diese Buchenwälder die wir auch im Vordertaunus haben die sind schon auch artenreich und sehr schön und die Moore und die Waldwiesen die wir da haben sind auch sind auch besonders tja was soll ich jetzt sagen also was mich gefreut hat an dieser Veranstaltung heute ist dass es hier doch sehr viele Menschen gibt die einfach alle dieselben Werte haben und dasselbe wollen und sich dann eben am Freitagabend am Ende von von einer langen Woche hier einfinden und gemeinsam diskutieren und überlegen mit welchen Maßnahmen kriegen wir das Ganze voran und ich glaube im Laufe des Abends sind einfach viele Punkte genannt worden und ich könnte die eigentlich allesamt nur unterschreiben von regional und vor allen Dingen auch Bioprodukte kaufen weil das macht tatsächlich einen Unterschied in der Herstellung und eben Fleischarm sich zu ernähren regional und und dann eben selber kochen und sich überlegen was einem wirklich wichtig ist eben wir selber haben jetzt also auch jetzt ganz konsequent und auch erst in den letzten zwei Jahren auf Fleischarm und Bioprodukte umgestellt wir kaufen in der Zwischenzeit praktisch gar nichts anderes mehr und und ich habe mir sogar noch in den Corona-Zeiten das Kochen langsam beigebracht das ist eine ganz persönliche Hochleistung vielleicht noch ein Gedanke ist was es auch braucht ist wirklich die Natur zu kennen und gern zu haben und eine Beziehung zur Natur zu pflegen und zu erhalten also wenn man sich eben am Wochenende die Zeit nimmt und rausgeht und einfach beobachtet und den Vögeln zuhört oder die Insekten beobachtet das ist was was wir jetzt noch nicht angesprochen haben was ich jedem nur wärmstens ans Herz legen möchte möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen auch mal wenn es regnet oder wenn es trocken ist oder auch mal nachts oder auch mal ganz früh morgens und das ist was wo man einfach auch positive Energie rauszieht und was einem richtig in der Seele gut tut und vielleicht auch jemanden mitnimmt der sonst nicht rausgeht denn wir müssen ja auch die motivieren die eigentlich den Zugang nicht haben kann der B&D mal eine kleine Wanderung machen sei es ich weiß es gibt die Ginnheimer Klimawerkstatt die machen diese Wanderung an der Nidda entlang also ich freue mich dass sie da waren und ich freue mich auch wenn sie bleiben und ich verabschiede die Menschen im YouTube Stream und ich habe eine bitte erzählen sie es weiter und das ist wichtig und machen sie es wenn jeder einfach der hier dabei war oder auch im Netz war wenn die sagen oh das war gut und das habe ich mitgenommen da haben wir schon die ganze Teilnehmerzahl verdoppelt und dann glaube ich dann entsteht so etwas wie Bewegung und wenn es gut tut dann dann sagen andere Leute oh das ist ja cool was die machen also bleiben sie hier danke